So, Test, 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 Test. Oh. Die ersten Leute trudeln ein. Bruder, spontaner geht's gar nicht. Wie spontan ist bitte der Stream? So, ich muss kurz noch was machen. Zack, zack, zack. Oh. Salam Aleykum Ucht Männer. Männer? Oder Gender? Was du da in Buchstaben vertaufst? Tariq Habib, Serdar Zekmen. Salam Aleykum Liebo. Salam Aleykum. Kun Sabura. Salam Aleykum. Mab. Asphalt, mein süßer. Ah, Mennah. Okay, Ucht Mennah. Rainer B. Salam Aleykum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Emela. Wie geht's? Jetzt poste ich noch ganz kurz, weil tatsächlich habe ich eine Discord-Umfrage gemacht. Auch ganz spontan. Hab gesagt, Leute, seid ihr online. Wenn ja, 100 Likes macht ihr mir in Discord. Dann komme ich in einen Stream rein. Äh, und jetzt schicke ich noch. Zumindest ich so auf die Tastatur haue. Langsamer Chat ist an. Soll ich das deaktivieren? Wollt ihr Unlimited Chat? Okay, warte, das können wir, das kriegen wir hin. Einen Moment, meine Lieben. Boah, keine Ahnung, wo ich das umstelle. Boah, keine Ahnung. Äh, vielleicht hier. Aha. Ja, komm. Hier, langsamer Modus. Komm, weg damit. Zack. Einer sagt, Anas, du siehst so gut aus. Du bist so süß, Mohamed. So süß, wie ihr mir mit so süßen Komplimenten meinen Tag aufheitern wollt. So, jetzt schauen wir aber, dass man euch noch sieht, weil äh, manchmal bekomme ich durch dieses TikToks Copyright-Probleme und dann muss ich manche Videos rausschneiden. Und wenn man bei einem Livestream ein kleines Video rausschneidet, zack, ist der ganze Chat weg. Und deswegen will ich euch jetzt noch hier oben haben, weil die Leute in YouTube interessieren sich auch immer, was ihr zu sagen habt. Und das kriegen wir auch noch hin. Be'idmillah hissemiya'ilalim. Pass auf, das machen wir nämlich so. Boah, keine Ahnung, wie das funktioniert. Ähm. Boah, oder? Also irgendwie, manchmal komme ich mir vor wie ein alter Mann. Chat in neuem Fenster öffnen. Oh, ihr seid da, Leute. Mhm. Genau, wir fasten noch melden. Morgen fast mal noch. Und dann haben wir den Ramadan geschafft, Alhamdulillah. Geschafft im Sinne von, dass wir den Lohn insha'Allah haben. Man sa'ama Ramadana Imanen 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 Ihtisaban Ich halte mich vom Geschlechtsverkehr fern. Du bist überzeugt von dieser Pflicht, die Allah über den sieben Himmeln den Dienern auferlegt hat. Wieso? Damit wir uns reinigen. La'allakum tattaquun Das sagt Allah im Koran. Damit ihr Gottesfurcht erlangen möget. Nicht, damit ihr wisst, wie es den armen Menschen geht. Das ist etwas, das haben die Menschen so von sich ausgesagt, aber da haben wir keinen Text dazu. Allah hat nicht gesagt, fastet, damit ihr wisst, wie es den armen Menschen geht. Sondern, damit wir Gottesfurcht erlangen. Und wer sozusagen im Glauben, mit diesem Glauben, dass Allah uns das auferlegt hat, Ihtisaban und erhofft auf den Lohn von Allah, dem werden alle Sünden vergeben, die vor ihm liegen. Schaut mal. Ganz einfach. Den Ramadan fasten. Da steht nicht, wer 20, 30 Adjsa gelesen hat. Das ist darüber hinaus sehr gut. Aber schau mal, das Mindeste. Einfach nur, du hast den Ramadan gefastet. Du hoffst auf Allahs Lohn. Du weißt, das war die Pflicht, die Allah uns offenbart hat. Und du hast den Ramadan voll durchgefastet. Und natürlich die Frau, wenn sie mit Entschuldigung ihr Fasten bricht oder auch der Mann, wenn er krank ist, ist das kein Problem. Du hast den Ramadan gefastet. Rufi ralahu, ma taqadda ma min wambi. Dem werden alle Sünden vergeben, die vor ihm waren. Und es ist eine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten, ob wirklich alle Sünden. Manche Gelehrten sagen, alle Sünden werden vergeben, das ist das, was der Text sagt. Rufi ralahu, ma taqadda ma min wambi. Alle Sünden werden vergeben, das ist keine Einschränkung. Die meisten Gelehrten sagen aber, das bezieht sich auf alle Sünden, außer die großen Sünden. Für die großen Sünden muss der Diener schon noch um Vergebung bitten. Das heißt, wenn du eine große Sünde gemacht hast, wie, was sind große Sünden, zum Beispiel, Chad? Schreib mal, was große Sünden sind. Genau, like den Stream. Das ist zwar keine Sünde, wenn ihr den Stream nicht liked, aber ich bin euch ziemlich böse. Sinner, 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 ich höre alle nur Sinner, Clown, Zinsen, gegenüber Eltern, respektlos sein, da musst du auch deine Eltern um Vergebung bitten, nicht beten. Das heißt, bei den großen Sünden haben die meisten Gelehrten gesagt, doch, du musst noch separat für deine Sünde um Vergebung bitten. Und so ist übrigens auch diese ganzen Hadife mit Hajj, also, dass die Hajj, dass einem alle Sünden vergeben werden, genauso. Manche Gelehrten sagen, das bezieht sich halt wirklich auf alle Sünden und die meisten haben all diese Aussprüche, die wir haben, immer auf die kleinen Sünden bezogen. Genau. Ja, Alhamdulillah. Genau, like den Stream. Eid ist am Montag, insha'Allah, Leute. Beziehungsweise aus islamischer Sicht ab Sonntagabend. Ab Sonntagabend ist insha'Allah Eid. Genau. Leute, ich wollte mit euch über eine Sache sprechen. Ich habe vor kurzem eine Nachricht bekommen. Was sagst du dazu, dass man in Afghanistan den Neumond gesichtet hat? Bruder, also, du solltest dich immer an deine Umgebung richten. Das heißt, es wäre gegen die Sunne, dass ich jetzt mit ein paar anderen Leuten sage, ich orientiere mich jetzt daran und wir tun dann zu fünft oder zu sechst unser Eidgebet machen. Das ist nicht korrekt. Du orientierst dich an der Gesellschaft, in der du gerade drin bist. und da ist halt grundsätzlich die Meinungsverschiedenheit, ob man nach einer komplett globalen Sichtung geht. Ja. Genau. Aber von daher, wenn du nicht morgen zu fünft Eidgebet machen willst, und das ergibt keinen Sinn, du fasst es morgen auch und am Montag haben wir unser Eid entschauen noch. Spaltet nicht so diese, spaltet nicht, Leute, die Gemeinschaft. Leute, ich wollte mit euch über was reden. Ich habe vor kurzem eine Nachricht bekommen. Wir machen auch gleich inshallah, fangen wir mit TikToks an. Ich habe eine Nachricht bekommen auf Insta über einen Bruder, der hat, glaube ich, mit seiner, also einem Bruder, der anfängt zu praktizieren und er hat mäßig so Probleme oder Schluss gemacht mit seiner Freundin. Und ihm geht es sehr, sehr schlecht. Und er wollte die auch heiraten, sie war anscheinend auch Muslime. Das ist ein Bruder aus Marokko und sie ist aus Tunesien und er wollte sie auch heiraten und anscheinend haben ein paar Sachen nicht funktioniert, dies, das. Aber um was es mir eigentlich geht, der Bruder war am Ende richtig am Boden zerstört. Und ich weiß nicht, wer hat schon mal eine richtig schlimme Trennung durchgemacht und dem ging es danach katastrophal. Eins in den Chat, wer sowas schon mal durchgemacht hat. Zwei, wenn ihr sowas noch nicht durchgemacht habt. Ihm ging es richtig schlecht. Er hat mir geschrieben, Bruder, ich gehe nicht mehr zur Arbeit, ich liege einfach nur da, ich bin komplett am Boden zerstört. Und er hat ihm gesagt, Bruder, ich kann das zu tausend Prozent nachvollziehen. Ich kann das zu tausend Prozent nachvollziehen. Ich weiß, wie dieses Gefühl ist und das ist einer der schlimmsten Gefühle überhaupt. Okay, ein paar Einser, viele Zweier. Das ist wirklich eines der schlimmsten Gefühle überhaupt. Also bisher mit jedem, den ich gesprochen habe, und der hat sowas durchgemacht. Ich habe ihm gesagt, Bruder, was war bisher das schlimmste Leid in deinem Leben? Und der meinte, so eine Trennung durchzumachen. Ja, Tarek schreibt, die Zeit heilt alle Wunden. Das stimmt schon, Bruder. Es kommt mit der Zeit, aber diese ersten paar Wochen, Monate, je nachdem, was für eine islamische Einstellung du hast oder, sage ich mal, was für einen Blickwinkel du hast, kann es sehr, sehr schwer werden. Aber ich sage euch dazu eins. Schaut mal, Leute, ich sage euch dazu eins. Wenn ihr ins Paradies kommt und möge Allah uns im Paradies versammeln, was zeigt euch Allah in der Hölle? Er zeigt euch eine Sache von euch in der Hölle. Was zeigt er euch da? Ihr kommt ins Paradies und Allah zeigt euch etwas von euch in der Hölle, in Jahannam. Was zeigt er euch? Weiß das jemand? Unser Leid? Nee, nicht unser Leid. Oh, Ibrahim Freund schreibt es. Deinen Platz in der Hölle. Allah subhanahu wa ta'ala hat das Wissen über Sachen, die nicht eingetroffen sind und nie eingetroffen sind, aber sozusagen, was wäre, wenn? EKW schreibt euren Höllenplatz richtig. Ja, Ibrahim Freund, er sagt auch richtig, dein Freund, richtig, wir sehen auch unsere Freunde, unsere engen Freunde, die in der Hölle gelandet sind, wir werden sie an diesem Tag sehen. Aber mir ging es um den Höllenplatz. Jetzt denkt ihr bestimmt, was hat das mit Liebeskummer zu tun? Jetzt pass auf. Er zeigt euch euren Höllenplatz, richtig? Und Allah sagt im Koran, das ist auch der Beweis, dass er dieses Wissen hat, in Suratul Anham, Surat 6, sagt er, dass die Höllenbewohner sagen, ya laytana nurad, die Höllenbewohner werden sagen, oh wehe uns, könnten wir noch einmal zurückkehren? Und Allah antwortet dann, walau ruddu, und wenn wir sie zurückbringen würden, la'adu lima nuhu an, dann würden sie zu denselben Sünden wieder zurückkehren, innahum lakabibun, sie sind nichts als Lügner. Das heißt, Allah sagt uns in diesen Versen, diese Leute in der Hölle, die sagen, bring uns noch einmal zurück, wir werden alles anders machen. Wenn wir sie zurückbringen würden, sie würden genau dasselbe wieder machen und sie würden sozusagen wieder in der Hölle landen. Und deshalb ergibt es gar keinen Sinn, diese Menschen wieder zurück auf die Erde zu bringen, dass sie wieder Unheil stiften, dass sie andere Menschen in die Irre führen, dass sie Allahs Grenzen übertreten, dass sie wieder Unheil auf der Erde stiften. Es ergibt gar keinen Sinn, sie wieder zurückzuschicken und hier greift das Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala, indem er sagt, du warst auf der Erde, du hattest lange Zeit gehabt, ich habe dir jeden Tag wieder die Luft zum Atmen gegeben. Selbst der schlimmste Zalim, der schlimmste Ungerechte, schaut mal, der schlimmste Ungerechte, er bekommt immer noch seine Luft zum Atmen, Allah versorgt ihm mit Essen, Allah versorgt ihm mit Trinken, Allah lässt ihn alt werden, bis er 80, 85 ist, er hat immer noch die Chance, jeden Tag die Luft zu atmen und umzukehren. Trotzdem kehrt er nicht um. Und er stirbt in diesem Zustand und wenn er dann zu Allah kommt, dann kann er nicht mehr sagen, bring mich nochmal zurück. Allah sagt, du hattest deine Zeit gehabt. Wenn wir dich zurückbringen würden und diese Sache ist nie geschehen, aber Allah hat das Wissen über was wäre, wenn Allah weiß, was vor ihm ist und was hinter ihm ist aber sie erfassen nichts von Allahs Wissen, außer das, was er möchte. Jetzt denkt ihr bestimmt, was hat es mit Liebeskummer zu tun? Das hat sehr viel damit zu tun. Wieso? Weil Allah zeigt uns dann, wenn wir im Paradies sind, unseren Platz in der Hölle. Richtig? Okay. Das heißt, es gibt einen bestimmten Platz für uns in der Hölle. Das heißt, wenn ich jetzt in die Irre gehen würde, dann weiß Allah genau, was würde Step by Step geschehen. Möge Allah uns bewahren. Zum Beispiel, er hört auf mit dem Gebet. Dann würde Allah dir das zeigen. Er sagt, schau mal, schau mal, das wäre dein Platz in der Hölle, wenn du dich an diesem Tag anders entschieden hättest und nicht zu diesem Gebet gegangen wärst und mit dieser Sünde angefangen hast. Alles Sachen, die in deinem Leben geschehen sind. Sachen, die in deinem Leben geschehen sind, wo du potenziell auf einmal eine andere Richtung eingeschlagen hättest. Und Allah sagt dann, dann wäre das geschehen, dann wäre das geschehen, dann wäre das geschehen, dann wäre das geschehen und du hättest diese Sünden gemacht und du wirst so gestorben und das wäre dann dein Platz in der Hölle gewesen. Und deswegen auch, was sagen die Paradiesbewohner, wenn sie ins Paradies kommen, وَمَا كُنَّ لِنَحْتَدِيَا لَوْلَا أَنْهَدَانَ اللَّهِ Wir wären niemals rechtgeleitet gewesen, wenn Allah uns nicht den geraden Weg geführt hätte. Und deshalb, jetzt kommen wir zum Liebeskummer zurück, denkt immer gut von Allah subhanahu wa ta'ala. Denkt immer gut von Allah. Es kann sein, dass Allah dir eine Sache wegnimmt, wie zum Beispiel eine Frau oder ein Mann, ein Ehepartner, jemand, den du heiraten wolltest. Allah nimmt dir diese Person weg. Er verschließt die Türen und es kann sein, dass das das Beste für dich ist. Es kann sein, dass dieser Ehepartner dir geschadet hätte, auch wenn er äußerlich gut erscheint. Es gibt eine Regel im Islam. Nicht alles, was gut beginnt, wird auch gut enden. Und nicht alles, was schlecht beginnt, wird auch schlecht enden. Es kann sein, dass eure Ehe im Guten beginnt. Man sieht, oh, das sieht super aus, praktizierend und so weiter. Bruder, aber es wäre schlecht geendet. Diese Person wäre vom Islam weggegangen. Hätte euch vielleicht zu Sünden geführt. Ihr werdet vielleicht zusammen in schlechte Sachen reingegangen. Das heißt, du kennst die Zukunft nicht, oh Bruder, oh Schwester. Und deswegen zerbricht dir nicht den Kopf und denk nicht, dass dieser Ehepartner, diese Person, die du verpasst hast, dieser einer oder diese eine gewesen wäre. Das weißt du doch gar nicht. Es wäre vielleicht die schädlichste Person für dein Leben gewesen. Und Allah hat doch bereits seinen Ehepartner vorbereitet. Ja, du trennst dich von der Person, aber du weißt gar nicht, wenn du dann, stell dir vor, du stirbst und du kommst zu Allah zurück und er sagt, weißt du noch, als ich dich nicht habe zulassen lassen, dass du diese Person heiratest, das wäre passiert, wenn du sie geheiratet hättest. Und er zeigt dir all diesen Schaden, der passiert wäre. Was würdest du dann sagen? Du würdest dich schämen, wenn du im diesseitigen Leben schlecht über Allah gedacht hast. Und deswegen gibt es ein Hadith, Allah ist so zu seinem Diener, wie der Diener über Allah denkt. Und deshalb, Bruder, egal was dir im Leben geschieht, alles für dich ist gut. Selbst eine Krankheit ist für dich gut, Bruder, oh Schwester. Und das sind nicht meine Worte, das sind die Worte des Propheten Mohammed, Friede und Segen auf ihm. Er sagt, wahrlich, bemerkenswert ist die Lage des Gläubigen. Egal was ihm geschieht, es ist immer gut für ihn. Was zeigt es uns? Es zeigt, es gibt gar keine guten und schlechten Schicksalsschläge, sondern ob ein Schicksalsschlag gut oder schlecht ist, ist nur was wir daraus machen. Und das sagt uns doch der Prophet Mohammed, Friede und Segen auf ihm in diesem Hadith. Alles ist gut für ihn. Und er begründet es. Er sagt, wenn ihm etwas Gutes geschieht, sozusagen was für uns offensichtlich als gut erscheint, etwas, eine Erleichterung im Leben, dann dankt er Allah und es ist gut für ihn. Und wenn ihm etwas Schlechtes geschieht, so ist er geduldig und Allah vergibt ihm etwas von seinen Sünden. Das heißt, alles was dir geschieht, ist gut für dich, selbst wenn es ein Leiden ist. Alles ist gut für dich. Und deshalb, wisse, dass du nicht die Zukunft kennst und vielleicht hat dich Allah vor etwas Gewaltiges bewahrt, indem er dir diese Ehefrau oder diesen Ehemann weggenommen hat. Und deshalb, denk gut von Allah, akzeptiere dein Schicksal und es ist verboten, über die Vergangenheit zu reden, indem wir sagen, Lau, Lau, Lau. Das ist per Hadith verboten. Der Prophet Mohammed auf ihm sagte, dieses Lau öffnet die Tore des Teufels. Das heißt, dass du sagst, oh, hätte ich doch in der Vergangenheit das gemacht und das gemacht, dann wäre es nämlich dazu und dazu gekommen. Das darfst du nicht sagen. Wieso? Weil es steht eh schon alles fest. Das, was geschieht und geschehen ist, stand eh schon fest. Übrigens, ein kurzer Satz zum Thema zum Thema Schicksal, weil viele sind voll verwirrt von Schicksal. Ich kann es nicht nachvollziehen, wie man verwirrt von Schicksal sein kann. Weil sie sagen, hey, wenn alles schon feststeht, dann macht es doch gar keinen Unterschied, was ich tue. Wenn alles doch schon festgeschrieben steht, was macht es dann einen Unterschied, wenn ich handle? Und ich verstehe gar nicht, wie man auf die Idee kommt. Also erstens, wenn ich dir sage, machen wir mal einen kurzen Talk mit Chat. Chat, kennt Allah die Zukunft? Kennt Allah alles, was passieren wird? Was euch zustoßen wird? Und kennt Allah das, was ihr tun werdet? Kennt Allah das? Bis ins kleinste Detail. Kennt er das? Ja oder nein? Okay, er kennt die ganze Zukunft bis ins kleinste Detail. Okay, nächste Frage. Er kennt die Zukunft. Nur weil er jetzt die Zukunft kennt, heißt es jetzt, dass Allah euch steuert und ihr keine Möglichkeit mehr habt, einen freien Willen zu haben? Also nur weil Allah das Wissen hat, heißt es jetzt, dass ihr keinen freien Willen mehr habt? Allah weiß, was in der Zukunft geschieht. Heißt es jetzt, er zwingt euch zu etwas? Er steuert eure Gedanken? Er zwingt euch zu etwas? Ihr habt keinen freien Willen? Nein, er gibt dir gar keinen Sinn. Er weiß es ja nur. Er ist so schlau, so intelligent, sodass er die Zukunft weiß. Okay. Wenn er jetzt sein Wissen aufschreibt und die Tinte trocknet, wurdet ihr dann gezwungen? Nee, immer noch nicht, weil eigentlich das Wissen, was Allah hatte, wurde nur auf Papier gebracht. Das war's. Und das ist das Schicksal fertig. Wo wurdet ihr jetzt da gezwungen? Allah ist halt so schlau, so allwissend, dass er die Zukunft kennt. Das war's. Und jetzt kommen manche, aber die sagen, ja Bruder, aber ich verstehe halt immer noch nicht, wenn es ja schon alles feststeht, wieso muss ich denn überhaupt irgendwas machen? Dann sage ich, ich gebe dir recht. Das wäre aber nur der Fall, wenn du die Zukunft kennst. Und da gibt es einen sehr interessanten Vers, den muss ich euch vorlesen, weil es taugt mir so sehr, wie dieser Vers das extra in Bezug auf das Schicksal erwähnt. Oh nein, ich habe vergessen, wie der ging. Ah, ich weiß noch, was ich suchen muss. Kita bin Mubin. Das ist die Schöße. Perfekter Vers. Ah, ich habe schon. Perfekt. Bei ihm sind die Schlüssel des Verborgenen. Keiner kennt sie außer er. Er weiß, was auf dem Festland ist und im Meer ist. Also das heißt, auf Deutsch übersetzt. Allah hat die Schlüssel des Verborgenen. Keiner kennt dieses Wissen außer ihm. Er weiß, was auf dem Festland ist und was im Meer ist. Kein einziges Blatt fällt herunter, ohne dass Allah es weiß. Und es gibt kein einziges Korn im Finsternis der Erde, das heißt in der tiefsten Erde und auch nichts Feuchtes und nichts Trockenes wäre, außer, dass Allah es in einem Buch deutlich verzeichnet hätte. Das beweist, Allah hat jede Kleinigkeit in dem Buch, in dem in dem Lauh al-Mahfuzh, in dieser wohlbewahrten Tafel niedergeschrieben. Jede Kleinigkeit, jedes Atömchen, jede Kleinigkeit ist niedergeschrieben. Was sehen wir hier? Aber er sagt, der Knackpunkt ist, ihr kennt die Zukunft nicht. Das heißt, ich kann nicht sagen, es steht ja schon geschrieben, dass ich eine Note 6 schreibe, dann muss ich ja jetzt gar nicht mehr lernen. Richtig. Wenn du das Wissen hättest, dass du in dieser Prüfung eine Note 6 schreibst, dann gebe ich dir recht, dann müsstest du nicht mehr lernen, weil da gibt es eh keinen Sinn, weil es steht ja schon fest geschrieben. Aber Allah sagt, du kennst ja die Zukunft nicht. Das heißt, diesen Satz zu droppen, kannst du eigentlich nie, weil du kennst die Zukunft nicht. Nur wenn du die Zukunft wissen würdest. Allah würde dir offenbaren, ja, du wirst da eine Note 6 schreiben. Dann kannst du sagen, okay, ich muss gar nicht lernen, weil es steht eh schon fest, dass ich eine 6 schreibe. Versteht ihr? Und deswegen ergibt diese Frage auch gar keinen Sinn. Genau. Und irgendwo müssen wir beim Schicksal auch Stopp machen. Es gibt eine Aussage von Ali, wo er sagte, Ibn Abi Talib, wo er sagte, Al-Qadr, das Schicksal, Sirullah, ist das Geheimnis von Allah. Verlert der Kshifu. Ihr werdet es niemals entlüften können. Das heißt, das Schicksal bleibt eine verborgene Sache, ein Geheimnis von Allah. Und wir werden niemals das Schicksal komplett begreifen können. Und das gehört auch nicht zu der islamischen Gelehrsamkeit, dass man sich dann so philosophisch in so Sachen reinsteigert. So, okay, lass mal kurz noch überlegen. Ein Gelehrter hat mal einen sehr schönen Satz gedroppt. Er hat gesagt, schau mal, dein Auge hat ein Limit, richtig? Du kannst nicht unendlich weit sehen. Du kannst auch nicht unendlich genau sehen. Und dein Ohr auch, richtig? Dein Ohr hat ein Limit. Du kannst nicht jede Kleinigkeit hören. Wenn etwas in 1000 Kilometer Entfernung passiert, kannst du es nicht hören. Wenn unten in meinem Garten eine Ameise furzt, ich höre das nicht. Dann ist mein Ohr zu schwach, obwohl das hier gleich um die Ecke ist. Richtig? Okay. Diese Sinneswahrnehmungen haben Grenzen. Dein Verstand hat auch Grenzen. Fertig, Bruder. Denk nicht, dass dein Verstand alles begreifen kann. Nichts von uns ist doch allumfassend. Weder dein Verstand, noch dein Ohr, noch deine Augen. Und ja, es gibt Sachen, die können wir nicht begreifen. Unendlichkeit können wir nicht begreifen. Für uns, unser Gehirn dreht dadurch. Ganz simple Sachen. Exponentialfunktionen. Dass Sachen exponential steigen. Unser Gehirn kann gar nicht so denken. Dieses Exponentiale. Es gibt viele so interessante Tests. Kennt ihr diesen Test? Leute, kennt ihr diesen Test mit diesem Schachbrett? Und man sagt, einer hat gesagt, zu einem König, er hat gesagt, hey, ich möchte von dir ein Geschenk haben. Nimm ein Schachbrett und tu mir aufs erste Feld ein Reiskorn, aufs zweite Feld zwei Reiskörner, aufs dritte vier und dann acht, sechzehn, ich will nur Reiskörner von dir haben. Weil der König hat zu ihm gesagt, ich erfülle dir einen Wunsch. Er hat gesagt, einfach nur ein Reiskorn aufs erste Feld, dann doppelt so viel aufs nächste und das machst du halt für 64 Felder. Kennt ihr das? Das sind Exponentialfunktionen. Wisst ihr, was am Ende rauskommt? Muss selber nachschauen. Es gibt da eine bestimmte Dingzahl. Wisst ihr, was am Ende rauskommt? Wie viel der König ihm geben muss? Und das zeigt, wie beschränkt unser Verstand ist. Weil erstmal klingt das gar nicht schlimm. Also Reis ist erstmal nichts Teures. Ein Reiskorn aufs erste Feld. Dann mache ich das doch für 64 Felder. Ist doch gar nicht so schlimm. Reiskorn Schachbrett. So. Pass auf, ich sag's euch gleich. Na Digga, ich schau, die machen hier die ganze. Also Bruder, wieso ist hier nirgends wo eine realistische Zahl? Genau, hier ist eine gute Zahl. Wisst ihr, wie viel Reis er bekommen würde? Die 64 Felder voll. Leute schreiben 812. Nein, Bruder. Er würde 376 Millionen Züge ein Zug, ein kompletter Zug voller Reis bekommen. 376 Millionen Züge. Ich glaube, man hat das irgendwie mal umgerechnet und das wären mehrere irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Gold das wäre. Das ist unbezahlbar. Und das kann man nicht nachvollziehen, weil es am Anfang noch so simpel ist, so 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, aber irgendwann wird es exponentiell. Das steigt. Wie berechnet man das? Schreibt in euren Taschenrechner 2 hoch 64. 2 hoch 64 schreibt ihr im Taschenrechner. So viele Reiskörner bekommt ihr da. Genau. Und dann könnt ihr schauen, okay, das sind so viele Reiskörner, dann schaut ihr, wie viel Gramm ist ein Reiskorn, dann könnt ihr euch Kilo ausrechnen, dann rechnet mal, wie viel ein Kilo Reis kostet. Hey Leute, wenn einer von euch Mathematiker im Chat ist, komm, tut mir den Gefallen, aber nur jemand, der Mathe drauf hat, jetzt nicht jemand, der es nicht kann und irgendwas versucht. Bitte rechnet mal aus, googelt mal, wie viel ein Reiskorn, wie viel Gramm das ist und rechnet mir aus, wie viel Euro das wären. Okay, also 2 hoch 64 und dann müsst ihr schauen, wie viel Kilogramm Reis das wären, dann macht ihr das mal Kilogramm Reis und schaut mal bitte, wie viel Euro das wären. Das ist eine Exponentialfunktion, wir sind ein bisschen abgewichen, aber das ist eine Exponentialfunktion, das Gehirn kommt da nicht mit. Das Gehirn hat ein Limit und dein Gehirn kann genauso das Schicksal nicht vollkommen begreifen, es kann nicht mal Exponentialfunktionen richtig umreißen. Rainer schreibt, Mathe um die Zeit, ne, ich gehe lieber Zähneputzen. Ja. Iman7 schreibt, ist nix für mich, ich stehe gerade in 5 im Abi. Also wenn es einer von euch ausrechnet, in den Chat schreibt, wäre echt Hammer. Aber bitte nicht irgendeinen Quatsch schreiben, sondern wirklich richtig ausrechnen. Also Mohammed Rahmani, kann man mit dir Kontakt aufbauen? Sehr schwer, Bruder. Sehr schwer, Bruder. Warum ich die Uhr rechts trage, Bruder, ich bin seit, seit, seit ich klein bin und ich hatte als kleines Kind immer so Armbänder, ich habe alles immer rechts getragen. Du kannst aber auf unseren Discord kommen, Mohammed Rahmani. Und da ist am ehesten wahrscheinlich, dass wir vielleicht mal miteinander reden können. Mali Toki, wenn deine Familie sagt, dass morgen Eid ist, und ihr zusammen feiert und eure Moschee auch und so weiter, dann orientier dich nach ihnen, klar. Du sollst dich nach deiner, nach deiner Umgebung orientieren. Du sollst nicht als Einziger im Dorf dann weiterfasten oder so. Ah, Mustafa fragt nach dieser Maulid-Sache. Ist das nun eine Bid'a Hassana? Also grundsätzlich diese Begrifflichkeit Bid'atun Hassana, eine gute Bid'a, diese Begrifflichkeit gibt es. Und es gibt unterschiedliche Ansichten unter den Gelehrten, ob diese Begrifflichkeit in dieser Form existiert oder nicht. Und manche Gelehrte sagen, und da könnt ihr euch einen längeren Text drüber lesen, Imam al-Nawawi und so weiter, sie haben über diese Thematik geredet und sie sagen, es gibt diese Bid'atun Hassana, also eine gute Bid'a, aber eine gute Bid'a ist sozusagen etwas, was nicht der Sunna widerspricht. Okay? Das heißt, sie haben nicht gesagt, du kannst jetzt irgendwelche neuen Sachen in der Religion einführen, das hat niemand behauptet. Sondern sie haben nur diese Begrifflichkeit akzeptiert. Ich meine, wir könnten zum Beispiel darüber reden, was ist das, zur Zeit des Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, gab es keinen Mus'haf. Es gab so etwas nicht, Leute. Hier. So etwas gab es zur Zeit des Propheten Mohammed, auf ihm nicht. So ein Mus'haf. Man hat auch nicht gesagt, Leute, alle, die zu Hause etwas niedergeschrieben haben vom Koran, auf Blättern, Knochen, Häute und so weiter, jeder, der was zu Hause hat, bringt es alles zu der Moschee. Wir machen so ein ganzes Buch draus und sagen so, Surah 1 und Surah 114, zack, mach mal zu. Mus'haf. Mus'haf, also das heißt, Mus'haf bezeichnet man als zwischen zwei Einbänden. So etwas gab es zur Zeit des Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, nicht. Und als er gestorben ist, haben die Sahaba, die Gefährten, haben sie angefangen zu sagen, wir sollten den Mus'haf erstellen. Wieso? Weil bei einer Schlacht sind mal richtig viele Hufad gestorben. Richtig viele Leute, die den kompletten Koran auswendig konnten, sind an einer Schlacht gestorben. Und man hat gesagt, was würde passieren, wenn jetzt auch unsere restlichen Hufad sterben. Alhamdulillah, es gab natürlich immer genug Hufad. Wir wissen auch, wir wissen, stand heute, wir hatten nie zu wenige Hufad. Das heißt, selbst wenn wir keinen einzigen Mus'haf heute hätten, wir hätten immer noch den Original-Koran. Weil es so viele Hufad zu jeder Zeit gab. Allah hat es nie geschehen lassen, dass alle Hufad einer Zeit gestorben sind, alle Koran auswendig lernen. Aber sie haben halt gesehen, an einer Schlacht sind viele gestorben, haben sich Sorgen gemacht und haben dann zum ersten Mal so einen Mus'haf erstellt. Jetzt könnte man sagen, Leute, das ist eine Beda. Weil der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, hatte die Möglichkeit, zu seinem Leben diese Tat auszuführen. Es ist eine Form von Ibadah, es ist eine Form von gottesdienstlicher Tat, natürlich, du tust den Koran zusammentragen, du tust den Koran schreiben, das ist natürlich eine Form von Ibadah. Hatte der Prophet die Möglichkeit, das ist immer eine wichtige Sache, im Thema Beda immer eine wichtige Frage, also Beda ist Erneuerung, hatte der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, die Möglichkeit, dies zu tun? Die Antwort ist zu 100.000 Prozent, ja, hatte er. Hat er es gemacht? Nein. Jetzt könnte man eigentlich sagen, die Gefährten haben Beda gemacht. Das ist nur ein Thema, man könnte noch tausende andere Thematiken einführen. Das heißt, das Thema Beda ist nicht so einfach, weil man kann nicht nur einfach sagen, das sind die Bedingungen und wenn die Bedingungen gegeben sind, dann Beda. Dann müssen wir eigentlich auch sagen, Gebetszeiten sind Beda. Wieso? Weil die Leute haben früher immer nach der Sonne geschaut. Sie haben gesagt, die Sonne ist jetzt so, sie haben immer geschaut und das ist auch eine Form von gottesdienstlicher Tat, oder? Genauso wie das Mondsicht. Das heißt, man schaut, ob die Gebetszeit eingetroffen ist, einer bleibt auch zum Beispiel wach. Es war normal, dass wenn sie auf Reise waren, dass einer wach blieb und gewartet hat, dass sozusagen er die Leute zum Gebet aufweckt. Das fällt alles weg. Wir haben die Gebetszeiten, wir haben unseren Wecker. Also es ist nicht so einfach, immer dieses Wort Beda zu droppen. Und das ist tatsächlich ein bisschen komplexeres Thema, wie alle Themen im Islam. Und deshalb, der Ami, der Laie, sollte in diesen Themen sehr ruhig sein. Der Ami, der Laie, soll in diesen Themen schweigen. Ja? Und das ist das Problem. Der Laie redet über diese Themen. Und das bringt Fitna im deutschen Raum. Er sagt, du bist Beda, das ist Beda, das ist Beda. Schau mal, Bruder, ich sage, ich gebe dir einen Tipp fürs Leben und dann ist die Sache erledigt. Du hörst irgendwie, die machen dort das und das und das und das. In der Moschee machen sie das und das und dein Herz ist nicht wohl dabei. Du lernst von jemandem und er sagt dir, da darfst du nicht daran teilnehmen. Du hast jetzt kein umfassendes Wissen, sodass du dich damit beschäftigst. Weil ich kann euch zum Beispiel sagen, es gibt Sachen, ich meine, es war das Legen der Hände auf die Brust nach dem Rokua. Also nachdem man sich verbeugt hat, man steht auf, und dann legt man die Hände auf einmal auf die Brust. Manche Gelehrten sagen, das ist Sunnah. Du sollst danach die Hände auf die Brust legen. Und andere sagen, das ist bitter, das ist eine Erneuerung. Und diejenigen, die argumentieren, weil wir haben keinen Text dazu, wir haben keinen Text dazu und weil wir keinen Text dazu haben, sagen die, die einen Gelehrten sagen einfach, gut, wir haben keinen Text. Das heißt, was machen wir mit unseren Händen? In die Luft? So, so. Nein, wir machen einfach nichts mit unseren Händen. Wie sieht bei einem Menschen die Normalposition, das nichts aus? So. Hände einfach zur Seite legen. Sie sagen, das ist die Sunnah, weil wir haben dazu nichts überliefert, wo wir unsere Hände hintun. Die anderen Gelehrten sagen, wir haben über jede Kleinigkeit überliefert, wo wir die Hände hintun sollen. Auf die Knie, auf den Boden, dann dahin, dann dahin. Wir wissen es zu jedem Zeitpunkt. Das heißt, das wird bestimmt nicht unkommentiert geblieben sein. und sie sagen, es gibt doch ein Hadith, wo es heißt, im Gebet ist die rechte Hand auf die linke Hand. Das heißt, du stehst aus dem, aus der Verbeugung auf, machst Samia Allahu Huliman Hamida, bist du im Gebet? Ja, offensichtlich. Du bist ja im Gebet. Was machst du gerade? Machst du Yoga? Nein, du bist im Gebet. Gut, du bist im Gebet. Dann Hände nicht irgendwo hintun, sondern zurück zur Ursprungsposition. Versteht ihr? Und so fangen an, Meinungsverschiedenheiten zu existieren und man muss einfach alle respektieren. Das ist einfach, glaubt es mir, das sind Themen, die sind zu hoch für euch und für mich. Sind auch zu hoch für mich. Ich habe mich gerade über Essig informiert. Wisst ihr, dass die, dass wahrscheinlich 100% der Muslime laut den meisten Gelehrten Essig konsumieren, der nicht erlaubt ist? Ich habe, ich habe jetzt vor 30 Minuten, bevor der Stream angefangen, habe ich mit Leuten darüber geredet. Die meisten Gelehrten, der Hanbalitische Madhab, der Shafi'itische Madhab, der Malikitische Madhab, die sagen, dass du aus einem verbotenen Stoff ich selber, ein Mensch, händisch einen erlaubten Stoff versucht zu machen, das ist verboten, das geht nicht. Das kannst du nicht. Das sagen drei von den vier Rechtsschulen. Dann kommt Ibn al-Qayyim, ich glaube, es war Ibn al-Qayyim, der das gesagt hat, und er sagt, doch, das geht. Man kann aus einem verbotenen Stoff einen erlaubten Stoff machen. Und er macht, er droppt einfach geisteskranke Begründung. Er sagt, wenn draußen ein Tier stirbt, ist Meite, ein totes Tier, das fällt tot um, Darf ich dieses Tier essen? Nein. Ist dieses Tier Nejes? Ja. Dieses Tier wird zur Erde, richtig? Und aus dieser Erde, das nehmen die Pflanzen und die machen dann Früchte. Sind diese Früchte dann Haram? Nein. Das ist nicht Haram. Also offensichtlich kann aus verbotenen Sachen etwas Erlaubtes werden. Dann kommen die anderen Gelehrten und sagen, ja, 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 klar, das geht schon. Das ist nämlich, wenn aus einem verbotenen Stoff ein erlaubter Stoff wird, aber ohne, dass der Mensch etwas macht, ohne, dass du etwas hinzufügst, ohne, dass du jetzt irgendwie sagst, ich tue jetzt da Essig dazu, ich tue da Salz dazu, ich tue da irgendwas dazu, sondern einfach, es geschieht von alleine sozusagen. Dann kann das, dann ist das erlaubt, ja. Du kannst keine ist die Haram machen, in Anführungsstrichen. Du kannst nicht etwas Halal machen. Das heißt, die drei Rechtsschulen sagen, also außer der Hanaphitische, der Hanaphitische Madhab sieht das anders, aber die anderen drei Rechtsschulen sagen, dass du Alkohol hast, du hast Alkohol in der Hand und sagst, so, jetzt tue ich da ein bisschen Essig rein, ein bisschen Salz rein und das und das, das lasse ich jetzt stehen und dann mache ich aus Brandwein Brandweinessig, die sagen, das geht nicht. Na, darfst du nicht weg, weg damit. Tschüss, weg damit. Sie sagen, das Einzige, was erlaubt ist, ist, du hast Früchte, du tust die Früchte irgendwo hin und dann von selbst, ohne, von selbst, ohne, dass ich was mache, wird daraus mit der Zeit Alkohol und Essig. Kein Problem. Es wird Alkohol draus und dann Essig, aber ich fasse da nichts an. Ich habe damit nichts zu tun, ohne, dass ich irgendetwas verändere, etwas dazu tue. Kein Problem. Aber das wird in Deutschland nicht so gemacht, sondern man hat Alkohol und dann nimmt man den Alkohol, tut da was dazu und so weiter und dann macht man Essig draus. Deswegen heißt es auch Brandweinessig und so weiter. Und ja, ich sehe den Brandweinessig als erlaubt, aber ich wollte euch damit nur zeigen, habt ihr jemals, Leute, eins und zwei in den Chat, habt ihr jemals in Deutschland gehört, dass sich Leute darüber streiten, ob der Essig hier Halal und Haram ist und habt jetzt fette Diskussionen gehört und sowas und die versuchen zu argumentieren, geben Beweise, schau mal, das ist der Hadith und so weiter. Habt ihr jemals sowas mitbekommen? Ja oder nein in den Chat? Habt ihr fette Streitigkeiten über Essig mitbekommen? Nein, nein, zwei heißt nein. Nein, 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 nein. Genau, Maxim sagt immer nur gehört, dass es Halal ist und auch den meisten Gelehrten nicht Halal. Nein, okay, Dennis sagt ja, okay, respektiere ich. Keine Rolle. Nein, also ich sage euch ernsthaft, ich habe nie darüber gehört. Es gibt übrigens auch einen Beweis. Einmal kamen Leute zum Propheten, die sagen, es gibt Waisenkinder, die haben Hamr geerbt. Es Waisenkinder haben viel Alkohol geerbt. Und dann sagte der Sahabi zum Propheten, soll ich aus diesem Alkohol Essig machen? Und ratet mal, wie der Prophet geantwortet hat. Le, Le, sagt er. Er hat gesagt, verbrenn es oder schmeiß es weg, also, zerstöre das. Und das nehmen die Gelehrten auch als Beweis. Die anderen Gelehrten kommen dann aber um die Ecke und sagen, na, 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 das war nur aus Furcht, weil ein Muslim darf nicht Alkohol nehmen, das darf er ja nicht, er darf ja nicht Alkohol liefern, bei sich lagern, das heißt, der Muslim darf das nicht. Darum geht es, aus Furcht, dass der Muslim den Alkohol zu sich nimmt und dann sagt, oh, ein kleiner Uso, ich trinke Uso, was trinkst du so, ein kleiner Schluck, also aus Furcht, dass da auch dann Probleme geschehen könnten, dass er wieder in den Alkohol zurückfällt, weil wir wissen, die Araber waren verrückter Alkohol. Und sie sagen, das ist der Grund, wieso der Prophet gesagt hat, nein. Aber wenn jetzt ein Jude oder ein Christ Alkohol nimmt und daraus Essig macht, das ist kein Problem. Es ging bei diesem La, bei diesem Nein, ging es nicht darum, das wäre sonst Haram, sondern du sollst kein Alkohol transportieren, du sollst ihn nicht bei dir aufbewahren und es gibt die Fitna und die Furcht, dass du von diesem Alkohol konsumierst, das heißt, weg mit diesem Alkohol, einfach weg damit. Langes Thema, langes fettes Thema, aber darüber wird nicht geredet. Wenn die Religion euch doch so wichtig ist und diese ganzen Diskussionen, die ihr immer habt im Internet, die ganzen jungen Leute, die über Islam, über kleine Sachen diskutieren, wieso diskutiert ihr nicht darüber? Wieso? Jetzt stelle ich euch eine andere Frage. Wer hat schon mal eine Diskussion im Internet mitbekommen? Ob man den Ramadan-Monat berechnen kann oder nicht berechnen kann? Wer hat von so einer Diskussion schon mal mitbekommen? Eins in den Chat. Ja. EKB schreibt ja. Eins. Eins. Jetzt gerade hier. Eins. 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 Jetzt erklärt mir mal eine Sache. Das sind beides islamisch wichtige Themen. Bei dem einen heißt es, dass du Haram Sachen zu dir nimmst. Dass du etwas Verbotenes konsumierst, kann ein Grund dafür sein, dass deine Dua nicht angenommen wird. Das ist richtig schlimm. Aber wieso reden die darüber nicht? Und ich kann es euch ganz einfach erklären. Weil die Diskussionen unter den Jugendlichen, im islamischen Raum nicht darauf aufgebaut sind, dass sie sich um die Hadife, um die Authentizität, um die Sunna Sorgen machen, sondern das ist meiner Meinung nach, und da könnt ihr mir gerne widersprechen, das ist meine Ansicht, das ist meine einzige Erklärung, ist eine pur auf Gelüste aufgebaute und rechthaberische aufgebaute Diskussion. Meiner Meinung nach mehr nicht. Weil wenn euch Islam ach so sehr interessieren würde, bei diesen komischen Diskussionen, die ihr überall führt, dann würdet ihr darüber reden, ob die Besmala Teil von Al-Fatihah ist, ob ich die laut lesen muss oder nicht, ob ich mein Gebet damit Fehler mache oder nicht. Ihr würdet darüber diskutieren, ob, wenn man hinter einem Imam betet, wenn man hinter einem Imam betet, und der Imam liest laut, ob ich dann auch die Fatiha lesen muss. weil der Prophet Mohammed sagt in einem authentischen Hadith, kein Gebet, wenn du keine Fatiha gelesen hast. Es gibt kein Gebet, wenn du keine Fatiha gelesen hast. Manche Gelehrten sagen, derjenige, der hinten betet, er muss die Fatiha lesen. Er muss irgendwie versuchen, Zeit zu finden, schnell die Fatiha lesen. Ich folge der Ansicht, dass du sie nicht lesen musst. Das heißt, wenn du hinter einem Imam betest, ja, dann, wenn er den Koran liest, dann bist du einfach nur still und hörst zu. Und dann nur, wenn du dich verbeugst, sagst du, Subhanarabiyal Adim, Sami'Allah, Liman Hamidah, Subhanarabiyal Ala, Tashahud, das sagst du schon alles. Aber beim Koran lesen, hörst du einfach nur zu. Aber gibt keine Diskussion darüber. Es gibt Diskussionen über Nikab und Hijab. Ist Nikab Pflicht oder nicht? Und die Schwestern, manche Schwestern, manche Nikab-Schwestern kommen aus Degadren komplett am Rad. Ich denke mir, Bruder, habt ihr so krass Fikr studiert, dass ihr jetzt so überzeugt davon seid. Wenn ihr so krass Fikr studiert habt, dass ihr so überzeugt davon seid, dass Nikab Pflicht ist. Bruder, komm bitte auf meinem Discord, erklärt mir die Beweisführung. Ich möchte was von euch lernen. Aber die haben sich damit nicht viel... Es ist, ich sag euch, diese Diskussionen, diese Diskussionen unter den Laien, ich sag nicht die Diskussion unter den Gelehrten, die haben Ahnung davon, die können miteinander diskutieren. Aber Diskussion unter den Laien ist meiner Meinung nach auf Charakterprobleme aufgebaut. Rechthaberisch Gelüste Ich bin der Richtige hier, ich bin von der Sunnah, ihr seid nicht von der Sunnah. Das war's, Bruder. Weil sonst würde man über viel mehr Sachen diskutieren. Aber manche Sachen kommen nicht mal vor, Bruder. Einer sagt, in der Querschnitt schreibt, in der Schafi'aitischen Rechtsschule muss man die Fatiha... Achso, Querschnitt. Assalamu alaikum. Ich schau mal deine Videos manchmal an. In der Schafi'aitischen Rechtsschule muss man die Fatiha immer lesen. Ja. Manche Gelehrte haben gesagt, weißt du, wie der Imam lesen sollte? Erstens, sie sagen, es ist eine Sunnah, der Prophet Muhammad s.w. hat bei der Fatiha nach jedem Vers gestoppt. Das heißt, Alhamdulillah, Hiram, bin Alamin. Pause. Manche Gelehrten sagen, in dieser kurzen Pause soll dann der Ma'mun, also der Betende hinter dem Iman sagt, Alhamdulillah, Hiram, bin Alamin, natürlich leise. Dann sagt er, Ar-Rahmani, Ar-Rahim, wieder. Zeit für den anderen. Und andere Gelehrte sagen, nee, er liest schon durch die Fatiha, also bis zu Wulab-Dalin, Amin. Und dann macht er kurz Pause. In dieser Pause sollen die Leute hinter ihm Fatiha lesen. Diskussion im deutschen Raum existiert nicht. Existiert nicht, Bruder. Bruder, ich dachte, es ist so wichtig, Bruder, es geht darum, ob dein Gebet angenommen wird oder nicht. Achhi, Achhi, wir müssen zu Hakk aufrufen. Achhi, wo sind diese ganzen Hakk-Achis? Wo seid ihr Hakk-Achis? Bruder, die kennen nicht mehr Beweisführung in diesem Thema. Die kennen nicht mehr Beweisführung, weißt du, weil es sie nicht interessiert, Bruder? Weil es sie nicht interessiert, weil es geht nicht um Islam, Leute. Es geht nicht um Islam, es geht nur um Rechthaberischerei. Und deswegen wird über Maulid geredet, es wird über Berechnungen geredet, Niqab, Hijab ist auch noch ein ganz interessantes Thema. Was gibt es noch für Themen, Leute? Ach, Gelatine. Schau mal, Gelatine. Oida, Diskussion sein Urgroßvater. Essig? Ich glaube es nicht, Digga. Essig, einfach keine Diskussion. Gelatine? Gelatine, aber je. Genau das selbe Thema. Genau das selbe Thema. Okay, beim Essig könnte man eine Sache noch sagen. Man könnte sagen, es gibt eine Allah und zwar der Alkohol ist verboten. Wieso? Weil er berauscht. Ja, Allah verbietet im Koran nicht Alkohol, sondern Khamr. Khamr ist etwas, was deinen Kopf benebelt, Kopf berauscht. Das kann auch eine Line von Koks sein oder Haze oder ein Joint oder sowas, versteht ihr? Alles, was deinen Kopf berauscht, ist im Islam verboten. So, wenn wir jetzt den Alkohol haben, da sagen wir, indem du diese Allah, der Grund, wieso es verboten ist, indem du das entfernst, und zwar, dass diese Substanz dich betrunken macht, indem du diese Sache entfernst, dann bleibt das Verbotene, der Grund, wieso dieses Getränk verboten war, ist nicht mehr da. Essig ist auf einmal nicht, macht dich nicht mehr betrunken. Und somit ist der Essig unproblematisch. So, jetzt sagen wir aber bei Schweinefleisch, wieso ist Schweinefleisch verboten? Was ist da die Heide? Allah sagt einfach nur, es ist unrein für uns. Aber ist einfach verboten für uns. Und nein, ihr müsst jetzt keine Wissenschaft auspacken, sagst, ja, das ist wegen der, weil der frisst seine eigene Kacke und so, das ist voll ätzend. Ja, Hasen essen auch ihre eigene Kacke, sind auch erlaubt. Außerdem, wenn ich die Schweine jeden Tag sauber mache und ihm nur sauberes Futter gebe, wird das Schwein ja auch nicht erlaubt sein. Checkste? Da müsst ihr nicht immer irgendwelche Gründe auspacken. Schau mal, im Islam ist es so, pass auf, Muslim schlachtet Tier, Bismillah, Tschak, Tier ist Halal. Jetzt kommt ein Atheist, schlachtet das Tier, er sagt, Bismillah, schlachtet, per Konsens und den Gelehrten verboten. Genau dasselbe Tier, genau gleich geschlachtet, nur genau dieselben Worte ausgesprochen, nur der Mensch ist anders, sein Iman im Herzen ist anders. Das eine ist Najis, per Konsens und der allen Gelehrten darfst du nicht essen und das andere darfst du essen vom Muslim. Und könnt ihr da auch jetzt irgendwelche medizinischen Sachen auspacken? Sagst du, ja, das ist weil, das ist toxisch und so und die Struktur und deswegen, das was Allah verbietet, ist verboten. Allah hat uns diese Gebote gegeben, damit wir ihnen gehorchen. damit ihr euch prüft, wer von euch die besten Taten begeht. Das ist der Sinn unserer Existenz hier. Und deswegen ganz bewusst gibt es auch im Islam von Allah subhanahu wa ta'ala Regeln, wo wir vielleicht die Hikma, den Grund nicht verstehen. Oder wieso hat Allah zu der Mutter von Moses gesagt, tu dein Kind in eine Kiste und in den Fluss werfen. Und er hat der Mutter nicht die Hikma gesagt. Ganz im Gegenteil, er hat gesagt, damit euer Feind das Kind findet. Das sagt der Koran Vers. Damit euer Feind das Kind findet. Was hat Allah zu Abrahams Vater gesagt, als er seinen Sohn töten sollte? Eine Hikma genannt. Mach es. Vertrau mir, es gibt einen Grund dafür. Von daher, wir glauben und befolgen alles, was Allah uns offenbart hat, ohne zu hinterfragen. Und nein, wenn du träumst, wie du deinen Sohn tötest, ist es ein Traum vom Scheitan, vom Teufel. Und nicht ein Traum von Allah. Wenn du über Sünde träumst, ist es vom Scheitan. Wenn du etwas Gutes träumst, ist es von Allah. Und wenn du träumst, dass du auf dem Mond rumfliegst und Fortnite spielst, also weder gut noch schlecht, dann ist es ein Traum von dir. Die Gelehrten haben es in diese drei Kategorien geteilt. Okay, Leute, habt ihr noch Fragen? Digga, einfach 177 Zuschauer. Digga, was macht ihr? Wieso seid ihr nicht schlafen? Es ist 0.48 Uhr. Macht Like erstmal, Digga. Es ist so gemein. Ich erzähle euch, schau mal, ihr müsst euch so vorstellen, ich muss mir die Sachen immer durchlesen und mich darüber informieren und dann kann ich euch das in knackigen zwei Minuten einfach erzählen. Ich muss mich da vielleicht 15, 30 Minuten hinsetzen und ihr kriegt das einfach in zwei Minuten einfach, ihr spart euch einfach drei, man muss auch dazu sagen, die Gelehrten, die diese Bücher verfasst haben und diese Hadife von überall gesammelt haben, Bruder, bestimmt um ein Hukum, um ein Urteil nur, saßt ihr wahrscheinlich tagelang da. Möge Allah sie belohnen. Ohne die Gelehrten, wir wären aufgeflogen, Leute, wir wären aufgeflogen. Wir wüssten nicht mal, wie wir beten. Stell dir vor, wir müssten aus Hadifen heraus extrem, wie wir beten. Keine Ahnung. Und deswegen haben die Gelehrten Bücher verfasst, Kurzfassung für den Naami, für den Laien. Du musst das machen, das machen, das machen. Vertraue uns. Okay, Leute, einer schreibt, andere sind in den Disco, wir sind dafür bei dir. Alhamdulillah. Wo kann man dir TT zusenden? Sunny V7. Also wenn du mit TT meinst, Audi TT, ich persönlich Audi A7, wenn du mir ein Auto schenken willst. Oder verstehe ich da was falsch? Was ist TT? Audi A7 aktuell Schmankerl. Das hättet ihr gern. Kannst du mir gern zuschicken, Bruder. Barakalofik. Anonym schreibt, ich bin nur wach wegen anders. Oh Bruder, ich küsse dein Herz. Wo hast du so viel islamisches Wissen? Um Mohammed, sehr, sehr lieb von dir, aber ich habe wirklich nicht viel islamisches Wissen. Ich habe immer nur so, ach so, TT heißt TikTok. Hey Bruder, ich habe mich gefreut über Audi TT. Ich habe immer nur so, über ein paar Sachen informiere ich mich. Ich habe islamisches Wissen bei mir sehr, sehr, sehr low. Vertraut mir. Vertraut mir, wenn ich es euch sage, dass islamisches Wissen bei mir low ist. Sagt man die Al-Fatihah jetzt oder nicht in der Moschee? Ich folge der Ansicht, ich persönlich folge der Ansicht, dass du die Fatihah nicht rezitieren musst hinter dem Imam. Wenn du die möglich, außer es ein leises Gebet, wenn es ein leises Gebet ist, dann liest du ganz normal alles. Aber es gibt auch Gelehrte, ich meine die Hanafitische Rechtsschule, die sagt, na, musst du nicht. Musst du auch nicht lesen, auch beim leisen Gebet musst du nicht lesen. Weil der Hadith sagt doch ganz klar und deutlich, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, die Lesung des Imams genügt dem Betenden. Das sagt doch der Prophet. Deswegen sagen sie, hat sich erledigt. Die Lesung genügt. Kallas. Aber ich folge der Ansicht, in leisen Gebeten liest du komplett Fatiha alles, in lauten Gebeten hörst du bei der Koranlesung einfach nur zu und sagst dann Amin. Das können alle am besten. Ich liebe das. Richtig laut immer. Amin. Boah, Bruder. Es heilt einfach. No name, anders I love you. Okay, Bruder. Ich habe es verstanden. Barakallahu feek, dass du es 30 Mal im Chat schreibst. Ahabba kaladhi ahababtanilahu. Möge derjenige dich lieben, um dessen Willen du mich liebst. Ich bewege die Lippen mit bei Al-Fatiha. Ja, wieso die Gelehrten gesagt haben, dass man das nicht machen soll, ist, weil wir genau darüber eine Überlieferung haben, dass wenn der Imam rezitiert, sollen wir nicht die Zunge mitbewegen. Dazu haben wir eine Überlieferung. Und deswegen die Gelehrten, die gesagt haben, du sollst sozusagen mitlesen, haben auch eigentlich gesagt, dass du in den Pausen lesen sollst. Das heißt, da wo er nicht liest. Weil die Regel im Gebet ist, wenn der Imam liest, hör ihm zu. Lies nicht mit, sondern hör ihm zu. Das haben wir per Hadith überliefert. Das ist auch, wie der Muhammad für den Segen auf uns hingewiesen hat. Es kann auch sein, dass es die Ansicht gibt, dass man parallel mitliest. Ich persönlich kenne diese Ansicht nicht. Bruder, hört mir auf mit dieser Montag, Donnerstag, Ayd und so weiter. Wir fasten morgen und dann ist Jud. Warum bist du ein Ehrenmann? Warum bist du ein Ehrenvollkornbrotmann? Liebe dich um Allahs Willen. Danke, der Bruder 1. Auch bei der 2. Oder genau, auch bei der 2. Hey, Aida Bilalic, hast du es echt ausgerechnet? Sag Wolla Willa, Bruder. Er sagt 35 Trilliarden Euro. Das wäre dieses Reis-Ding. Hast du so lange dafür gebraucht, oder wie, Bruder? Einer schreibt, wann werden die Steckbriefe wieder freigegeben? Leute, nach Ramadan geht es weiter mit Steckbrief auf meinem Discord-Server. Das läuft sehr gut, Alhamdulillah. Es gab schon Brüder und Schwestern, wir haben vermittelt, wir haben sehr gute Vermittler. Möge Allah sie belohnen. Machen wir ein schönes Dua. Möge Allah diese Vermittler belohnen für all ihre Arbeit. Ich muss euch was dazu sagen. Ich muss euch was zu dieser Vermittlungsgeschichte sagen. Ihr müsst euch so vorstellen, Leute. Es ist in Deutschland nicht so, dass man wie in islamischen Ländern sehr viele Muslime um sich herum hat. Man sagt zu Mama, Mama, ich glaube, ich möchte heiraten und Mama, die hat ihre Connections, Bruder. Ehe du dich versiehst, hat sie schon zehn Vorschläge an Schwestern Schrägstrich Brüdern. Und sagt dieser Bruder, diese Schwester und so weiter. Das ist im deutschen Raum nicht so. Wer hat das? Wer kann im Thema Heirat mit seinen Eltern sprechen und die Eltern haben dann was in Aussicht? Können dir jemanden vorschlagen? Können dir bei diesem Weg helfen? Wer das hat? Eins in den Chat. Wer das nicht hat? Zwei in den Chat. Also eins, wer das hat. Und dadurch, dass das nicht geht, haben wir diese Steckbriefe. Jetzt ist die Gefahr. die Leute machen sich selbstständig auf Instagram. Auf Instagram, auf Facebook machen die sich selbstständig. Und die schlimmsten Heiratsgeschichten, und glaubt es mir, wir haben auch schon Heiratsgeschichten bekommen, die schlimmsten Heiratsgeschichten, wo es komplett schiefgelaufen ist, sein Urgroßvater, war, als sich Muslime selbstständig auf sozialen Netzwerken gemacht haben und irgendjemanden geheiratet haben, den sie nicht kennen, aber der hat einfach einen langen Bart gehabt und hat gesagt, achi, ich bin von der hat einfach nur einen Satz und er sagt, meine Ehe ist damit, wir Allah näher kommen. Er benutzt ein paar Floskeln, die arme Schwester glaubt einfach alles. Und genauso umgekehrt, nicht nur, dass wir über die Brüder reden, auch umgekehrt, von den Schwestern, die sagen, ich bin so schamhaft, ich möchte einfach nur zu Hause sein und das und das machen und auf einmal, es geht komplett schief. Weil du kennst diese Menschen nicht, das sind fremde Leute. Schau mal diesen Satz, dass ich sage, ich folge Sunder, der Satz ist nicht schwer auszusprechen. Der Satz ist nicht schwer auszusprechen. Du musst diesen Menschen gut kennenlernen. Und da helfen unsere Vermittler. Unsere Vermittler, ich habe unseren Vermittlern gesagt, ich habe gesagt, Leute, wenn eine Ehe nicht zustande kommt, dann habt ihr eure Arbeit korrekt getan. Weil es geht bei Ehevermittlung nicht, dass ich jeden mit jedem verheirate, sondern dass sich zwei Menschen treffen und sie sehen, dass sie nicht zueinander passen, auseinander gehen. Das ist erfolgreiche Heiratsvermittlung. Das heißt, gut gemacht. Okay, Amar Talas schreibt, können wir mal ein anderes Thema reden? Ja, natürlich. Sorry, Bruder. Es ist leider immer wieder, also auf jeden Fall, damit ihr das so ein bisschen versteht, es geht darum, die Jugendlichen zu begleiten und das funktioniert Alhamdulillah gut. Da haben sich Leute getroffen und da ist schon ein Bruder dann zur Familie gefahren und haben sich ausgetauscht. also Alhamdulillah. Also Alhamdulillah. Ja, normalerweise sollten alle rausgehen zum Haid-Gebet, Brüder und Schwestern. Ja. Okay, Leute, sollen wir noch weiter Talkrunde machen? Ihr schreibt was in Chat und wir tun dann vielleicht nächstes Thema. Oder sollen wir einfach mit TikToks anfangen? Aber Leute, liked den Stream, Leute. Ich verstehe das nicht. Wie kann ich immer mehr Zuschauer als Likes? Das ergibt einfach keinen Sinn. Tut mir ja noch einen gefallen. Könnt ihr den Stream teilen? Okay, TikToks schreibt einmal. TikToks. TikToks. Wir wollen Fitness stiften, schreibt einer. Einer schreibt, lass TikTok anschauen. Ich warte seit halbe Stunde. Okay, Bruder. Ich habe so viele TikToks. Okay. Aber teilt bitte mal den Stream. Tut mal irgendwo in eure Insta. Einfach so, weil ihr mich lieb habt, Leute. Nur wenn ihr mich liebt habt. Dann tut ihr, wenn ihr mich nicht lieb habt, machen wir es so. Wenn ihr mich lieb habt, teilt ihr mal den Stream. Wenn ihr mich nicht lieb habt, teilt ihr trotzdem den Stream. In euer WhatsApp, euer Insta und macht noch ein Like. Okay, fangen wir an. Getting long hair because our prophet had to. Leute, nicht alles, was der Prophet gemacht hat, Friede und Segen auf ihm, sollen wir automatisch nachahmen. Der Prophet aß Lammfleisch von der Schulter. Heißt das jetzt, ich werde belohnt, wenn ich Lammfleisch von der Schulter esse und ich werde nicht belohnt, wenn ich Chicken McNuggets esse? Also versteht ihr, nicht alles, was da gemacht wurde, ist automatisch nachzuahmen. Und der Prophet Mohammed für den Segen auf ihm aß auch keine Chicken Faita Wraps. Genau, Kamel reiten. Und auch bei den Haaren, meines Wissens, bei den Haaren, das macht keinen Unterschied. Du kannst die Haare lang und kurz tragen, das spielt keine Rolle. Und ich meine sogar, der Prophet Mohammed für den Segen auf ihm hat es nicht nur lang getragen. Da müsste ich mich, müsste ich nochmal sicher gehen. Und deswegen, du investierst der Energie in eine falsche Richtung, Bruder. Natürlich trotzdem süß gemeint, Bruder, aber damit halt richtiges Verständnis. Ich mache das aus, weil, Bruder, ich schreibe es dir bei der Koran-Rezitation, ich werde so oft gestrikt. Ich werde nirgendwo so oft gestrikt wie bei der Koran-Rezitation und Dua und sowas. Im Sukhut, Bruder, wer so Sujud schreibt, kann doch nur Albaner sein, oder? Mit X. Und im Sujud wird er Allah Ta'ala vortreten. Allahu Akbar, was für eine Rückkehr. Ach so, er? Bruder, ich glaube jetzt ehrlich gesagt, ich höre TikToks sind immer so, ich glaube jetzt nicht, dass der gerade am Sterben ist und der Sohn sagt, ah, perfekt, dann leg dich hier kurz hin zum Sterben, sondern ich denke, er kann sich einfach schlecht bewegen, aber er möchte unbedingt den Sukhut so machen. Übrigens, wir haben extra eine Erleichterung, dass solche Menschen müssen sich nicht niederwerfen. Die sollen die Erleichterung von Allah subhanahu wa ta'ala nutzen. Sie dürfen sogar im Liegen beten. Man darf im Liegen beten. Warum wird man wegen Koranrezitationen gestriked? Weil die da auch Copyright drauf haben, Bruder. Die haben einfach Copyright drauf. Deswegen, also ich kriege keinen richtigen Strike, aber ich kriege eine Urheberrechtsbeschwerde. Heißer schreibt, hi, was geht, ich bin hobbylos. Perfekt, Bruder, dann bist du hier genau richtig. Bleib hier drin. Genau, deswegen nutzt die Erleichterung. Manche Gelehrten sagen, wenn du liegst, du sagst einfach Allahu Akbar, Qibla und so weiter, wenn du es nicht kannst, kannst du es halt nicht. Und manche sagen, ja, du sollst so liegen in Richtung Qibla. Und manche sagen, nein, mach nur einfach Allahu Akbar Richtung Qibla und der Rest ist egal. Bruder, da liegt sehr viel Erleichterung in dieser Thematik. Auch wenn ihr krank seid, Leute, wenn es euch sehr schlecht geht, ja, ihr habt eine richtig starke Grippe und es tut euch richtig weh, Sujud zu machen und sowas. Ihr habt da, die Gelehrten haben gesagt, es gibt da keine Grenze. Das heißt, wenn du merkst, das ist einfach eine sehr schwere Last, es geht dir nicht gut, du kannst vielleicht dein Gebet nicht mal lang richtig verrichten, dann sitzt, dann betest du im Sitzen. Das heißt, du stehst einfach und wenn es dann um Sujud gehen würde, das heißt ums Niederwerfen, dann setzt du dich einfach hin. Ja. Und deswegen nutzt diese Erleichterung also, weil nicht, dass das einer Person zu schwer wird, dann hört sie irgendwann auf zu beten. Dann denkt man sich, super, hätte es eigentlich die ganze Zeit im Liegen sogar beten können. Ja. Also deswegen, ich glaube nicht, dass er hier gestorben ist, sondern dass der, kann sein, dass der Papa sich unbedingt vor Allah sozusagen niederwerfen will und er möchte nicht. Leute, das habe ich gesehen. Leute, eins in den Chat. Wer kennt Krater? Leute, wer kennt Krater? Wer kennt es? Eins in den Chat, wer Krater kennt. Krater. Was? Ihr kennt es nicht? Dann kann ich Trier. Ich werde melden. Okay, dann müssen wir es eigentlich kurz das Video zusammen schauen, oder? Soll ich euch kurz zeigen, wer Krater ist? Sage ich! Genau. Schön. Einer kennt sich einfach aus. Okay, wartet kurz, Leute. ich muss ganz kurz schauen. Okay, wartet kurz. Okay, ich zeige euch erstmal das TikTok. Der Typ hat ihn wieder getroffen. hier ist das, Freund. Wir haben 15 Jahre lang gewartet. Krater. Sagen Sie es nicht. Doch, ich sage es. Sagen Sie es nicht. Ich sage es. Ich sage es. Trier. Trier. Okay, pass auf. Four Story. Darum geht es. Ich bin es. Peter Südnever. Peter Südnever. Kennt ihr diese, kennt ihr diese Sendungen? Die gibt es gar nicht mehr, Bruder. Die wurden, glaube ich, alle verboten. Bruder, zu meiner Ding, zu meiner, äh, wie heißt es? Kindheit. Bruder, ich habe es nicht verstanden, wieso mein Vater zur Arbeit geht und wieso er nicht da mitmacht. 100.000 Euro Jackpot. Ich habe es nicht verstanden, das waren so leichte Fragen. Ich habe mich gefragt, wieso arbeiten die Leute einfach, Digga, verdienen einfach dein Geld damit. Ich habe das nie verstanden. Okay, und jedenfalls, man muss anrufen und man muss, erbilden Sie ein Wort aus dem Begriff Tierpark. Also da steht Tierpark und du musst ein Wort bilden aus diesen Buchstaben. Jetzt ruft einer an. Ich bin's. Peter Ludneva. Hallo, mein Lieber, hast du ein Wort? Ja. Was? Krater. Krater. Der Krater. Krater. Ja, ich, ich, ich verstehe das schon. Krater. Gewonnen! Und noch ein Wort. Haben Sie noch eins? Sagen Sie es nicht. Sagen Sie es nicht. Sagen Sie es nicht. Trier. So, der raus. Kriegt kein Geld. Raus. Ich werde hier live im Fernsehen nicht angeschissen. So was gibt es hier bei mir schon mal gar nicht. Wer aggressiv wird, ich komme privat nach Hause, so was läuft hier nicht. Wir machen Spaß hier, ein bisschen Respekt, so was geht gar nicht. Wenn ich sofort so böse, das kann ich nicht gebrauchen hier. Sagen Sie es bei echt. Das ist nicht gestellt. Nicht, dass ihr denkt, das ist gestellt. Das ist vollkommen echt. Oder ey, ich will gar nicht wissen, wie viele Leute die abgezogen haben. Boah, Bruder. Ich schwöre sehr, dass die nicht im Gefängnis sind. Boah, Bruder. Ich kann es echt nicht verstehen. Reden wir über Kalorien. Okay, also er tut immer 300 Kalorien. Wer nicht weiß, was Kalorien sind, ich habe keinen Bock, euch jetzt gerade zu erklären. You could fit in the following. Four Ferrero Rochers or one kilogram of berries. Krass. Schau mal. Within those 300 Kalorien, you could fit in the following. Vier von diesen Ferrero Rochers, die meiner Meinung nach geisteskrank schmecken. Boah, sind die lecker. Four Ferrero Rochers or one kilogram of berries. Oder ein ganzes Kilo voller Beeren. Bruder. 125 Gramm of chocolate ice cream or eight mini twister ice lollies. Ah, diese Wassereis haben gar nicht so viele Kalorien. Habe ich jetzt vor kurzem erfahren. 210 Gramm of Greek yogurt or 600 Gramm of low fat Greek yogurt. 50 Gramm of nuts. Ah, Nüsse haben auch sehr viel Kalorien. Das wissen wir. Or this entire bowl of vegetables. Boah, schau mal. So krass, Digga. Schau mal vom Gemüse, wie viel du essen kannst. Or this entire bowl of vegetables. Könnt ihr euch noch erinnern? Vier Rochers oder dieses ganze Gemüse essen. Was macht euch wohl eher satt? Und deswegen immer die Regel bei Diät lautet einfach Gemüse ist euer bester Freund. Und euer größter Feind ist Mehl, Nudeln und solches Zeug. Und last but not least 130 Gramm of ribeye steak which is around half the size of a regular steak. Dieses Fleisch hat halt sehr viel Fett und deswegen hat es sehr viel Kalorien. Or 275 Gramm of skinless chicken breast. Oder Hähnchenbrust. Aber ohne die Haut, weil die Haut hat wiederum sehr viel Fett. Leute, was ist das, Bruder? Einfach ein Crash von einem Privatjet. Yeah. Allahu Akbar. Haben die nicht diese Sicherheitsrutsche? Alter. Oder bin ich der Einzige, der findet, dass es lustig aussieht, wenn da so voll die Katastrophe ist und die rutschen da irgendwie so runter, als ob das irgendwie als ob die in so einem Erlebnispark wären. Sieht so lustig aus, als ob sie so runterrutschen. Boah, subhanallah. Oh mein Gott, wie das brennt, alter Schwede. Weißt du, was mich voll fasziniert? Das Feuer, Feuer ist so eine bedrohliche Sache, das wir bis heute nicht kontrollieren können. Wenn Feuer ausbricht, sind wir erstmal teilweise aufgeschmissen. Deswegen gibt es sogar extra eine Feuerwehr, sodass Feuer so eine große Gefahr für Menschen ist. Also ich denke, ihr findet das nicht faszinierend. Leute, like den Stream, teilt den Stream. Oh, ich weiß nicht, sollen wir uns sowas anschauen? Das sind so, das sind so Reddit, das sind so Reddit, wie heißt das? Das sind so Reddit-Posts, wo jemand irgendwie sagt, meine Frau hat mich bedrohen, dies, das und das und das ist passiert. Ist halt auf Englisch. Aber ich weiß nicht, ich will, ich, ich, erstens frage ich mich immer, ob diese Stories echt sind. Okay, zwei heißt nein. Einigen schreiben schon nein. Skippen, skippen. Skipp, skip, skip, skip. Ja, Selim, ich sehe schon, dass du fünfmal die Eins machst. Ja, dann skippe ich. today I fucked up by not, by not telling my Okay, das ist jetzt das, sollen wir all diese Dinge, er sagt hier, äh, ich hab meinen Ehemann nicht erzählt, dass ich in der Lotterie gewonnen hab. Ach so, warte, wollt ihr skippen, weil die meisten von euch kein Englisch können? Okay, weg. Okay, okay, was, Ah, okay, also wenn die Erde dieser Basketball wäre, dann von dem Größenverhältnis wäre dieser Tennisball der Mond. krass, die, Amerika, ist so, Amerika ist fast so groß wie der Mond oder sogar bisschen breiter als der Mond. der Mond ist eigentlich echt kleines Ding. Ich will gar nicht wissen, wie hoch dort die Mietpreise wären, wenn da, wenn wir da leben. Aber was mir denkt, wenn ich darüber denke, ist, wie groß die Mietpreise wäre, wenn es auf dieser kleinen Tennisballskale wäre. Also, denkst du, es wäre ein Fett weg, drei, fünf Fett? Du wäre es falsch. Es wäre eigentlich 23 Fett weg, 139.000 Mietpreise. Krass. Also das heißt, wenn das die Erde wäre und das der Mond, jetzt von der Größe her, dann wäre der Mond so weit weg. Also nicht irgendwie nur so eine Handlänge weit weg, sondern ganz da hinten wäre der Mond. Ja, das ist auf jeden Fall crazy. Danke, Bro. So, was ist das? Oh, die machen so Makluba auf Bismillah. Schnell umdrehen. Ja, wenn du lang wartest, sehr gut. Okay, Topf schlagen auf einmal, verstehe ich nicht so, das machen wir Arabs nicht so. Da sagt sie, Ismela, sind das Muslime? Yay. Oha, lecker, 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 lecker. Hä, welche, Leute, welche Länder machen das so? Mit Gemüse und dann hier auf entspannt Joghurt dazwischen? Boah, ich feiere das übertrieben. Leute, Reis mit Joghurt. Wer sagt, das ist die geisteskranke, leckerste Kombination, die es gibt, eins in den Chat. Bruder, ich sehe direkt von hier, das ist Ferhat Döner. Bruder, ich war in Wien, Bruder, ich war, schau mal, ich war in Wien, bevor dieser Hype um Ferhat Döner losging. Ja, mit diesen Videos von, ähm, Montana Black oder so, der unten war und alle sind dann gehypt um diesen, Bruder, ich hab, okay, ich hab einen TikTok gesehen, gebe ich zu. Ich hab einen TikTok gesehen, wo der empfohlen ist, Bruder, ich bin runtergefahren, die zu, die, meine Freunde kennen mich, ich war unten, ich hab diesen Döner probiert und ich hab gesagt, Bruder, das ist der beste Döner, den es deutschlandweit plus Österreich gibt. Da kannst du mir nichts erzählen. Du musst aber vor Ort essen. Du musst vor Ort essen. Das heißt, du musst essen, während es frisch ist, weil das Fleisch ist dann so saftig. Wenn du es nach Hause nimmst, trocknet es so aus, es schmeckt gar nicht mehr, es schmeckt wie der schlechteste Döner der Welt. Du musst vor Ort essen. Dieses Fleisch schmeckt einfach anders. Und das Brot tun sie selber dort backen. Auch das Dürinbrot machen die frisch vor deinen Augen. Also die tun wirklich, Bruder, die Holzkohle, die tun da richtige frische Holzkohle. Ich glaub, die Holzkohle ist teurer als mein Auto oder so. Weißt du? Also das ist, die haben so krasse Qualität. Es ist geisteskrank teuer, aber wirklich top Döner, Bruder. Und die Schlange ist geisteskrank, Bruder. Die Schlange, du wartest auf einen Döner mindestens 20, 25 Minuten. Trockn werde? Ja. Trauchen? Ja. Ihr habt es gehört. Hier wird Holz verwendet, das vier Jahre getrocknet wurde. Na, einer sagt overrated. Glaub mir, es ist nicht overrated. Nein, es kostet nicht 4,50 Euro. Ein Döner kostet, ein Döner kostet, glaube ich, mindestens 6 Euro. Mit mehr Fleisch sogar 8, 9 Euro. Die meisten Dönerläden, bei denen Kalbfleisch verkauft wird, mit vielen Tricks arbeiten, um den Gewinn zu machen. Leute, ich sage euch ernsthaft, wenn ich den, wenn ich den Dönerspieß sehe und es ist dieser, das sieht aus wie aus Hackfleisch geformt, ich kaufe da nicht, Bruder, das schmeckt mir gar nicht, Bruder. Du merkst, das hier sind so Fleischlappen und das andere sieht aus wie so eine Pappmaché, die man da einfach draufgeklatscht hat. Ah, Eman sagt, lebe in Wien, habe mit einem Freund eine Stunde gewartet. Eman, schreib mir, wie ist der Döner? Wie schmeckt der Döner? Bis jetzt haben wir noch Fragen über Eidlfettr und sowas. Nein, Akame. 10 von 10, ich höre Eman, du hast guten Geschmack. Das ist perfekt. Lip Prank. Lip Prank. Lip Prank. Ich sage euch ernsthaft, ich feiere Pranks, wo niemand verletzt wird, wo niemand irgendwie Prank. Ich habe es so getan, als hätte ich meine Tochter vom Balkon geschmissen. Alle lachen sich tot. Das ist so witzig. Doktor, there is no cure for of cancer. Ich schreibe dieses Lied, Bruder. Leute, die Gelehrten erklären diesen Hadith mit, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, im Schwarzkümmel liegt eine Heilung für alle Krankheiten außer für den Tod. Und die Gelehrten sagen hier, das ist nicht alle, global alle Krankheiten. Ach, ich schwöre es dir. Also hier, warte, ich muss kurz jemanden bannen. Ich schwöre es euch. Ich hau ab, Alter. Ich schwöre es so nervig. So nervig, Digga. Ja, die Moderatoren bin ich selbst. Auf jeden Fall, die Gelehrten sagen hier, das ist nicht global gemeint. Nicht alle Krankheiten. Wieso? Einmal kam ein Mann zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat gesagt, er hat so im Bauch Schmerzen und so weiter. Was hat der Prophet gesagt? Er hat gesagt, ja, Schwarzkümmel. Ihr müsst mich gar nicht mehr fragen, Leute. Einfach nur Schwarzkümmel. Tschüss. Er hat gesagt, nimm Honig, löse es in Wasser auf und trink das. Das heißt, er hat ihm empfohlen, Honig zu trinken. Er sagt, das beruhigt sozusagen den Magen. Und deswegen sagen die Gelehrten, ja, okay, das heißt, der Prophet hat auch andere, sallallahu alaihi wasallam, andere Heilungshinweise gegeben. Er hat nicht für jede Krankheit direkt gesagt, so, nehmt dieses Schwarzkümmel. Deswegen sagen die Gelehrten, erstens, das ist für sehr, sehr viele Krankheiten. Kull im Arabischen muss nicht immer Kull global überhaupt sein, sondern es kann heißen für sehr, sehr viele, für eine gewaltige Menge. Erstens. Zweitens, ja, jetzt wird einer sagen, aber wieso, wenn ich eine Krankheit habe, esse ich Schwarzkümmel und die Krankheit geht nicht weg? Ja, wir sagen, weil das, das, das die Substanz ist und bleibt ein Mittel. Und die Heilung ist nur von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, du kannst dir auch zwei Kilogramm, äh, Schwarzkümmel durch die Nase ziehen. Die Heilung kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Genau. So viel zu diesem Thema mit Schwarzkümmel. Und deshalb, äh, Leute, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er hat gesagt, äh, er hat die, äh, Sahaba in einem authentischen Hadith aufgefordert, dass sie sich behandeln sollen. Tadawu. Ihr sollt euch behandeln. Ihr sollt eure Krankheiten behandeln. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, dass es keine Krankheit gibt, außer, dass Allah auch eine Heilung erschaffen hat. Es gibt auch eine Heilung. Und deswegen hat er gesagt, sucht nach der Heilung, die Allah erschaffen hat. Und die meisten Gelehrten sagen, es ist mustahab, es ist erwünscht, dass man sich medizinisch behandelt. Und es gibt manche Gelehrte, die sagen, es ist wajib, es ist Pflicht. Und, äh, manche Gelehrten sagen, in bestimmten Situationen kann es Pflicht werden. Wie zum Beispiel, du hast eine Schnittwunde oder du hast eine andere Krankheit und du behandelst diese Krankheit nicht und stirbst dann dran. Dann fällst du ja eigentlich unter der Kategorie, äh, äh, wo Allah im Koran sagt, stürzt euch nicht mit euren eigenen Händen ins Verderben. Das heißt, du schneidest dich und sagst dann, ah ne, ich lasse mich nicht behandeln. Alle sagen, wir müssen das nähen, wir müssen das nähen. Na, 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 na,, na, passt. Dann würdest du sterben. Du würdest dir quasi in gewisser Weise fast schon eine Form von sich selbst ins Verderben stürzen, sich selbst schaden. Ähm, deswegen, manche Leute haben gesagt, äh, manche Gelehrten haben auch gesagt, es ist Pflicht, dass man sich behandelt. Ibn al-Kayyim hat was richtig geisteskrankes gedroppt. Er hat gesagt, diejenigen, die sich von der Behandlung fernhalten, die sich von medizinischen Behandlungen fernhalten und damit behaupten, sie würden sich auf Allah verlassen, das sind diejenigen, die sich in keinster Weise auf Allah verlassen. Sie benutzen ihre Angst und ihre Faulheit und ihr mangelndes Vertrauen gegenüber Allah, das nehmen sie, weil sie Angst vor der Behandlung haben und sozusagen nicht genug Tawakkul haben, weil Allah sagt doch, es gibt eine Heilung. Allah sagt doch, in diesem Hadith haben wir doch vom Propheten Mohammed Frieden und Segen auf ihm. Allah sagt in Surah Al-Najm, Surah 53, der Prophet spricht nicht aus seinen Gelüsten, es ist nur eine Offenbarung, die ihm eingegeben wird. Und deshalb, als der Prophet sagte, Allah hat eine Heilung erschaffen, da wissen wir, das ist von Allah subhanahu wa ta'ala, von Allah offenbart. Nicht irgendwie, der Prophet hat irgendwie so, so selbst so Brainstorming gemacht, sondern Allah hat ihm das mitgeteilt, es gibt eine Heilung, über den Engel Jibril mitgeteilt. Das heißt, wir wissen, es gibt eine Heilung und wer sich weigert, nach der Heilung zu suchen und die Heilungen zu verwenden, so sagt eben Al-Qayyim, er benutzt seine, nicht Faulheit, aber so seine Trägheit, zu Behandlungen zu gehen und behauptet, das wäre das Verlassen auf Allah. Aber würde er sich wahrhaftig auf Allah verlassen, dann würde er daran denken, dass Allah eine Heilung erschaffen hat und er würde zum Arzt gehen und sich dieser Heilung unterziehen, die auch teilweise schmerzhaft ist, das stimmt, und teilweise Operation und so weiter. Aber er verlässt sich auf Allah, dass er geheilt wird, dass Allah eine Heilung herabgesandt hat, dass es Hoffnung gibt, das ist Tawakkul al-Allah, dass es Hoffnung gibt. Und nicht Tawakkul al-Allah ist, dass ich sage, oh nein, oh Behandlungen, oh ich habe so Angst, oh nein, ich mache nichts zu Hause. Ich verlasse mich voll auf Allah. Er sagt, nein, das ist wahrhaftig nicht Vertrauen auf Allah. Sehr, sehr schön. Also Ibn Al-Qayyim hat mir da sehr getaugt. Ich habe es jetzt schlecht zusammengefasst bestimmt, aber ähm... Diese Ich-Fasste-Kommentare gehen mir so heftig auf die Eier. Was denn? Diese Ich-Fasste-Kommentare gehen mir so heftig auf die Eier. Junge, dann leg dein beschissenes Handy weg, wenn du es nicht sehen kannst. Ich sage dir ernsthaft, ich weiß nicht, ob sie Muslim ist oder nicht, kann ich vollkommen verstehen. Das ganze Internet hält jetzt an, nur weil wir gerade... Leute, wir fasten, das ist unser Ding. Wieso gehen wir jetzt zu jedem anderen und sagen, ey, ich faste, tu mal all dein Essen weg? Es ist sehr korrekt von dem, wenn er sagt, hey, vor dir esse ich und trinke ich nicht. Das ist sehr korrekt von dem. Aber wir können es nicht von jedem erwarten. Also ich verstehe es auch nicht, ich kenne keine einzige Aussage, nicht eine Aussage von irgendeinem Sahabi, irgendeiner von den Tabi'in, vom Propheten Mohammed, dass er zu irgendjemand gegangen ist, hat gesagt, oh Bruder, ich esse, mach das weg, mach das weg. Die haben sich beim Ramadan nicht beschwert. Gerade fast, ne? Ich faste auch, während ich diese Videos mache. Achso, du fasst das auch. Niemand ist dazu verpflichtet, auf uns Muslime Rücksicht zu nehmen, nur weil wir gerade fasten und das ist doch die Challenge hinter dem Fasten, sowas zu sehen und widerstehen zu können. Ja. Kriegt euch doch mal ein, Alter. Richtig. Und schaut gerne auf Insta vorbei, ich poste dort geile Rezepte. Oh, schade. Nö, also ich gebe der Schwester vollkommen recht. Möge Allah deinen Fasten annehmen, Schwestern. Okay, wir haben gesagt, das skippen wir. Nach diesem Video fällst du vom Glauben ab. Ein 50 Jahre alter Putzmann kam mit einer Bewährungsstrafe davon, nachdem er eine 24-jährige Studentin vergewaltigt hat. Die junge Studentin war im Oktober 2019 etwas feiern, hat etwas getrunken, war betrunken und ist dann auf einer Bank eingeschlafen. Der 50 Jahre alte Putzmann sah die Frau, zog sie in sein Auto, vergewaltigte sie dort und sperrte sie dort ein. Er ging zur Arbeit, kam zurück und hat sie dann erst wieder freigelassen. Und jetzt werdet ihr nur noch mit dem Kopf schütteln. Die Richterin bestätigte die Anklage auf Vergewaltigung und Freiheitsberaubung, also nichts noch irgendwie mit Beweisen oder das ist noch nicht bestätigt. Das Urteil ist gefallen. Der Täter wollte noch so tun, als hätte er sie gerettet vor der Kälte in der Nacht. Nach dem Geständnis musste das traumatisierte Opfer nicht mal mehr aussagen, aber jetzt achtet auf die Strafe. Zwei Jahre auf Bewährung und 1800 Euro an einen Opferschutzverein, ich kann nicht mehr. Wo bleibt die gerechte Strafe für solche Taten? Die ist für ihr Leben traumatisiert und der Täter kriegt nur so eine Strafe. Jetzt kommt der klassische Vergleich wieder, wenn ich meine Steuern hinterziehen sollte, eine Sekunde danach, die Polizei ist vor meiner Tür, einmal mit, komm bitte. Das ist doch Senf mit Sahne. Tut euch selber den Gefallen, trink nicht so viel, weil ihr wisst nie, wie es enden könnte. Was würdest du dem Täter da draußen für eine Strafe geben? Nach diesem Video fällt zu... Das ist echt geisteskrank. Wisst ihr, bei dem Thema Vergewaltigung, nur mal aus islamischer Sicht, aber bei dem Thema Vergewaltigung sagen manche Gelehrte, wir haben keinen konkreten Text dazu. Das heißt, was für eine Strafe es gibt, wenn eine Frau einen Mann vergewaltigt oder ein Mann eine Frau vergewaltigt, das obliegt dem Qadi, dem Richter. Das heißt, der Richter gibt einfach. Nimla schreibt tot. Nein, nein, nein. Manche Gelehrte sagen, wir haben da keinen konkreten Text zu. Das heißt, das obliegt dem Qadi, dem Richter. Er muss schauen, was es da für eine Strafe gibt. Das heißt, er macht einen individuellen Richterspruch. Andere Gelehrte sagen, dass die Strafe dies auch für Sinner gibt. Natürlich, das ist nur in einem islamischen Land mit islamischen Richtern. Natürlich keine Selbstjustiz. Und natürlich nur, wenn man vier Zeugen hat, die das live gesehen haben, also quasi unmöglich. Vier Zeugen müssten das live gesehen haben, wie wirklich die Geschlechtsteile ineinander sind. Das müssten vier unabhängige Zeugen live gesehen haben. Und manche Gelehrte sagen, dieselbe Strafe wie für Sinner, was natürlich für mich gar keinen Sinn ergibt. Weil dann gäbe es ja gar keine Strafe dafür, als ob er das sozusagen, oder sie, es spielt ja gar keine Rolle, Mann oder Frau gibt es da keinen Unterschied, als ob sozusagen die Person, die Einwilligung der Person vollkommen unerheblich ist. Das heißt, wenn eine Frau einen Mann vergewaltigt, machen wir es mal so rum, und die Frau ist unverheiratet, dann soll sie nur sozusagen die islamische Strafe 100 Peitschenhebe bekommen. Dass Gelehrte gesagt haben, genau dieselbe Strafe wie für Sinner. Es ergibt aber gar keinen Sinn, weil sie hat ja den Mann entführt und gezwungen oder betäubt oder so etwas. Das heißt, sie hat ja das Recht des anderen Menschen genommen. Ich weiß gar nicht, wie die Gelehrten auf diese sozusagen das Entführen, das gegen den Willen und so weiter so getan haben, als gäbe es dafür keine Strafe, als wäre das eine Einwilligung für Sinner. Und andere Gelehrte, ich meine, es war der Schafi'itische Madhab, der hat gesagt, Nein, hier greift der Vers Das heißt, diejenigen, die auf der Erde Unheil stiften, sozusagen den Allah und seinem Gesandten den Krieg erklären, und einfach auf der Erde Unheil stiften, Das war, glaube ich, der Schafi'itische Madhab. Er hat gesagt, für Vergewaltigung gäbe es die aus Islam, also der Schafi'itische Madhab war der Ansicht, dass es für eine Vergewaltigung, dass ein Mann eine Frau vergewaltigt, dass es für ihn die Strafe gebe, dass er entweder gekreuzigt wird, oder ihm Hände und Arme abgeschlagen werden und auf diese Art und Weise getötet werden. Oder Hände und Arme abgeschlagen werden und dann wird er so gelassen. Also manche Gelehrten sind da richtig steil gegangen, was Thema Vergewaltigung angeht. Noch schlimmer, wenn er verheiratet war, weil dann hat er ja noch zusätzlich seine Frau betrogen. Auf jeden Fall, also, Nimmler schreibt, ich fühle voll die Ansicht. Ja, fühle ich auch. Der Schafi'itische Madhab ist der beste Mann. Ich weiß nicht, ob der Schafi'it oder der Malikitisch. Ich komme mit den beiden immer durcheinander. Ich weiß nicht, wieso ich durcheinander komme. Ich lese es und dann sage ich, ah, okay, das ist der Madhab One und da kommt mein Gehirn manchmal durcheinander. Ja, also ich weiß nicht, ich finde, das ist in Deutschland viel zu soft. Sie begründen das übrigens, weil sie sagen, das ist Entführung. Das ist, dass du einen Menschen entführst, das ist gleich dem Krieg. Dass du einen Menschen entführst, in gewisser Weise versklavst oder so etwas. Ja, und es ergibt für mich nur Sinn, dass man irgendwas in diese Richtung sagt, weil das ist ja eine Form von Entführung. Wie nennt man das? Es gibt einen deutschen Begriff dafür. Nicht Menschenraub. Ja, keine Ahnung, ich habe das Wort vergessen. Islam kommt und sagt, Schafi'i best. Ja. Ich habe mir jetzt nicht, dass ich jetzt die anderen Ansichten irgendwie schlecht reden wollte, die gesagt haben, es gilt dieselbe Strafe wie für Sinne. Aber wie gesagt, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen von der Logik her. Dann würde man nämlich, wie gesagt, das Entführen gar nicht bestrafen. Dürfen muslimische Männer sich Beine und Pfirsich rasieren? Nach meiner OP haben viele mein Bein gesehen und ja, es war rasiert. Bis heute. Dann sagten sie, das ist doch Haram. Wieso rede denn so? Wieso rasierst du deine Beine? Ich dann so, pssst, sag das doch nicht weiter. Spaß beiseite. Spaß, wir machen weiter. Also wenn du deinen Popo rasieren willst oder deine Beine, deinen Rücken... Achso, Pfirsich ist Po. ...Gön, Haare. Ist nicht Haram. Tatsächlich hat mich mal so ein Fußballprofi angeschrieben und ich habe mich mit der Thematik niemals beschäftigt. Und er wollte wissen, ob es denn Haram sei, seine Beine zu rasieren. Ich wusste die Antwort nicht und habe dann recherchiert. Bezüglich Körperbehaarung gibt es gar nicht so viele Dinge im Islam. Bis auch für den Bart und die Augenbrauen. Und deswegen ist es nicht Haram, sich die Beine zu rasieren, den Rücken zu rasieren, den Bauch zu rasieren oder auch den Popo. Wusstest du, dass ein Muslim seinen Intimbereich spätestens nach 40 Tagen rasieren sollte? Keep smiling. Ja, also er hat da mit Recht. Also es gibt auch Gelehrte, die das verboten haben. Aber das, was ich als sinnvoll ansehe, genau was er sagt, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uns über Haare berichtet hat, die wir entfernen müssen und Haare, die wir nicht entfernen dürfen, dann bleiben nur noch eine Form der Haare übrig und zwar neutral. Ja, wie zum Beispiel die Haare auf der Brust. Darüber hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nichts gesagt. Die Haare an den Beinen hat er nichts gesagt. Das Einzige, was man hier noch sagen könnte, wäre Ähneln der Frauen. Das heißt, wenn ich jetzt meine Beine glatt rasiere, wäre das dann eine Form von Frauenähneln. Da könnte man vielleicht noch ein bisschen argumentieren, aber wie gesagt, das sind immer Thematiken, wo Gelehrte Urteile treffen und du das nicht 100% festmachen kannst. Als Beispiel. Uns ist es erlaubt, Ringe zu tragen, richtig? Äh, wir dürfen Ringe tragen als Männer. Da könnte man sagen, in der heutigen Gesellschaft gilt das als sehr weiblich. Okay, vielleicht würde jemand sagen, na, Ringe tragen hier auch Männer. Äh, Kohul. Dieses, was wir auf den Augen machen, dieses Schwarze. Was übrigens nicht zu Verschönerung gedacht ist. Der Prophet Mohammed fing auf ihm, als er das gesagt hat, hat er gesagt, das ist gut für die Augen, gut für die Sichtkraft. Das war eigentlich mehr eine medizinische Sache. Ja, also das heißt, es ist eine erlaubte medizinische Sache, ähnlich wie Hijama. Und, äh, was ist, wenn wir sagen, das gilt aber in unserer heutigen Gesellschaft als sehr weiblich? Versteht ihr? Also, das sind immer so diese Themen mit, das gilt aber ein bisschen als weiblich. Genauso Kette. Eine Kette gilt in unserer Gesellschaft nicht als weiblich. Außer es ist eine weiblich aussehende Kette. Ah, Islam Content schreibt, Bruder, wenn du jetzt auf TikTok live gehst und den Leuten klar wird, dass du parallel auf YouTube streamst, holst du mehr Zuschauer in diesen Stream, was wiederum deinen Algorithmus pusht. Hm. Okay, Bruder. Dann tue ich kurz mal mein, äh, äh, oh. Ich wusste gar nicht, ich habe hier noch so Halal, äh, Haribo. Seid mal ehrlich, Leute. Beste Halal-Haribo-Phantasia. Seid ehrlich, Phantasia-Beste. Okay, Uwaku, jetzt tun wir mal auf, ne? Aber das Problem ist, wie soll ich das machen, Bruder? Ich könnte nur mich noch mal zusätzlich filmen. Ach, beim nächsten Mal. Ne, auf jeden Fall, also ich folge auch seine Ansicht und ich sage euch, das Beste ist, sprecht mit eurem Ehepartner. Sprecht mit eurem Ehepartner. Frau und Mann, sag zur Frau, sag schon mal, Brusthaare stört dich. Findest du das unattraktiv? Wenn sie sagt ja, dann wirst du dafür belohnt, dass du dich für deinen Ehepartner hübsch machst. Das heißt, dass du dich da rasierst und so weiter. Du wirst dafür belohnt. Wenn sie sagt, nein, stört mich nicht, passt. Und Haare am Glotius Maximus sollte man eh entfernen. Viele Gelehrte haben das auch genauso als Schamhaare gezählt. Sollte man eh entfernen. Also, ihr wisst schon, an welcher Stelle. Unten im Pfirsich, oder wie er das sagt. I tried bacon for the first time. I tried bacon for the first time. Ich gehe mal davon aus, oh, die Halal bacon, oder? It was really delicious, but not worth the sins. Also, ich gehe mal zu 100.000% davon aus, dass das Halal bacon ist. Aber es gehört übrigens, also, nicht böse gemeint, Schwester, man sollte nicht in der Öffentlichkeit sozusagen den Leuten die Möglichkeit geben, schlecht übereinzudenken. Das haben die Gelehrten nicht erlaubt. Also, das heißt, ich tue nicht absichtlich ein Video von mir machen und Bierflasche trinken und sagen, ich habe Bier probiert und habe ich das einfach nur Wasser reingefüllt. Das sollte man nicht machen. Weil, du motivierst die Leute so schlecht von dir zu denken und das ist nicht richtig. genau. zu 100% Halal bacon. Das Nutztier darf nicht in die Wohnung rein. Das Nutztier darf nicht in die Wohnung rein. Gestern habe ich, wann habe ich das Beispiel erwähnt? Mit dem Bruder, der in der Türkei gewesen ist? Gestern. Hast du das gestern erwähnt? Ja. Nochmal erwähnen? Nochmal. Ein Bruder, ein Arbeitskollege von mir, der hat mir gesagt, wir haben über das Thema Hund gesprochen und so weiter und dann hat er mir gesagt, dass er in der Türkei gewesen ist, im Dorf, bei den Chorbans und er hat mir gesagt, dass er bei seinem Opa war und sein Opa hat zwei Frauen. Hört ihr nicht diese Schmatzen voll auf? Die zweite Frau von seinem Opa, sie saßen in der Wohnung und sie haben Kühe, Schafe und auch Hunde. Dann saßen sie und da kam einer von den Hunden in die Wohnung rein und sie ist sofort aufgestanden und hat sie ihn verscheucht aus der Wohnung. Raus, raus. Spanen mal. Das heißt, wir haben das aus dem Islam, dass der Hund ein Nutztier ist und kein? Kein? Haustier. Genau wie eine Schlange. Ist eine Schlange ein Haustier? Ja! Eine Ratte. Ja, Ratte. Eine Kuh. Ist eine Kuh ein Haustier? Ja. Eine Kuh zwischen Heizung und Fernseh. Was war das denn, Bruder? Was? Was ist das denn? Bei den anderen Tieren hast du keine Geräusche gemacht. Wieso machst du auf einmal bei der Kuh... Auch? Eine Kuh ist eine Kuh ein Haustier? Äh, hast du eine Kuh zwischen Heizung und Fernseher? Das ist mein Haustier hier. Jackie habe ich sie genannt. Jackie die Kuh? Deswegen, es gibt Haustiere und Nutztiere. Also, die meisten Gelehrten sagen genau das, was er gesagt hat. Wenn du einen Hund hast, eigentlich der Prophet Mohammed für den Singen auf ihm, hat drei Formen von Hunden erlaubt. Welche drei Hunde sind das, Leute? Chat! Welche drei Hunde hat der Prophet Mohammed für den Singen erlaubt, dass man überhaupt einen Hund besitzen darf, also halten darf? Welche drei Hunde sind das? Boah, ich überlege gerade echt, ob ich noch so eine Phantasie rasiere. Jagdhund, Blindenhund nicht, nein. Nein, Wachhund auch nicht. Richtig. Feldhund, Jagdhund, Schäferhund, Rainer B. Diese drei haben wir im Text überliefert. Also, Schäferhund, Feldhund, so für Misra, so Gartenarbeiten, der irgendwie durchläuft und so. Jagdhund, okay? So. Er hat gesagt, in dem Hadith zu sagen, nur diese drei Hunde sind erlaubt. Was haben die Gelehrten gemacht? Die haben hier einen Analogieschluss gemacht. Die haben gesagt, wieso sind diese Hunde erlaubt? Weil sie einen erlaubten, guten Nutzen haben. Und deshalb können wir auch noch Kriess machen. Wir können weitermachen. Drogenhunde sind erlaubt. Also nicht Drogenhunde, die dir helfen, Drogen herzustellen, sondern Drogenhunde, die Drogen aufspüren. Blindenhunde sind erlaubt. Und so weiter und so fort. Ein Boxhund? Was ist das denn? Darf, J.J.? Sie haben sozusagen weitergemacht. Und das ist zum Beispiel eine Sache im VÖK, in den Rechtswissenschaften. Wenn der Prophet sagt, nur diese Hunde sind erlaubt, wieso kommen jetzt Gelehrte und sagen, nee, wir machen jetzt einfach weiter. Wir sagen jetzt einfach, das ist wegen Nutzen. Ja, aber er sagt doch, nur die drei sind erlaubt. Das meine ich. Islamische Rechtswissenschaften sind wirklich kompliziert. Und haben noch mehr Hunde erlaubt. Alle Hunde, die einen Nutzen haben. Sozusagen Hunde zur Verschönerung oder irgendwie so etwas, die sind nicht erlaubt. So. Jetzt haben wir doch diesen Hadith, dass wer einen Hund ohne Grund hält, den wird jeder Tag, verliert er Hassanat in Form von dem Berg von Uhud oder sogar doppelt so großer Berg. Also er verliert viel Hassanat, viel gute Taten, indem er einen Hund grundlos hält. Okay? Dann gibt es den Hadith, die Engel betreten nicht ein Haus, wo ein Hund drin ist. Es gab jetzt manche von den Gelehrten, ich habe seinen Namen vergessen, ich glaube, Al-Khattabi hieß er, manche von den Gelehrten, ich meine, es war er, die gesagt haben, dass die Engel nicht das Haus betreten. Das bezieht sich, genauso wie alle anderen Hadithe, wo diese Drohung ist, bezieht sich auf den Hund, den man unrechtmäßig hält. Das heißt, es gab manche Gelehrte, die es erlaubt haben, den Hund zu Hause zu halten, wenn es ein Nutzhund ist. Diese Ansicht existiert. Und sie sagen, weil diese ganzen Androhungen mit du verlierst Hassanat und die Engel kommen nicht rein, das gilt alles nur für den verbotenen Hund. Und andere Gelehrte sagen, nein, das gilt trotzdem, du darfst sozusagen den Hund nicht reinlassen. Ja? Wie zum Beispiel immer an Naoui war es zum Beispiel. Ähm, genau. Das heißt, hier gibt es da eine Meinungsverschiedenheit in dieser Ansicht. Ich sag dir ernsthaft, ich kann dir ganz ernsthaft sagen, wenn ich einen Hund hätte, ich würde mich so geisteskrank mit dieser Thematik auseinandersetzen. Weil ich will es wirklich zu 100.000% wissen, welche Beweise gibt es dafür und dafür muss ich mein Habibi Wauwau wirklich weggeben. Weil dein Hund weggeben ist wie dein eigenes Kind weggeben. Ja. Ich würde mich damit richtig krass auseinandersetzen und schauen, was es da für Ansichten gibt, wie sie begründet werden. Ja, natürlich Leute, die schreiben Katze Beste. Aber ich denke immer aus Sicht, ich denke immer aus Sicht eines Montana Blacks, der einen Hund hat und der sagt, ich kann meinen Baby Bubi nicht weggeben. Sa'id al-Kamari sagt, es ist ein Hadith, die Sahaba in der Moschee beteten und die Hunde sind hinter ihnen in der Moschee umhergelaufen. Das kann schon sein, denn Sa'id al-Kamari als Malikite folgt er der Ansicht, dass Hunde nicht unrein sind. Das heißt aber nicht, dass man Hunde grundlos halten darf. Sondern es heißt nur, dass die Hunde rein sind. Wisst ihr, wie die Malikiten begründen? Die sagen, die Argumentation ist sehr lang, aber die sagen, schau mal, wie kommst du auf die Idee, zu behaupten, dass der Hund Nedjiz ist? Nur wegen diesem Hadith, dass wenn der Hund von eurem Gefäß ist, dann sollst du es siebenmal reinigen und einmal davon mit Erde? Wegen dem Hadith? Das steht nicht, wenn der Hund eure Kleidung ableckt oder irgendwas anderes ableckt. So reinigt, da steht nur dein Gefäß. Es wird nur auf das Essgefäß beschränkt. Wenn ich mit meinem Hund auf Jagd gehe, Frage in den Chat, wenn ich mit meinem Jagdhund, welcher per Konsens erlaubt ist, ich gehe mit meinem Jagdhund auf Jagd, der beißt sich ein Hase, ein superklein, Lotti-Carotti, Poppelhase, okay? Der kommt mit dem Hasen zurück. Sein Sabber durchtränkt diesen Hasen. Um auch ein bisschen ASMR wie er zu machen. Mö, mö, okay? Muss ich diesen Bereich, wo er gebissen hat, muss ich das wegschneiden? Weil er das ganze Sabber von dem ist und der da mit den Zähnen reingebissen hat? Muss ich das wegschneiden? Per Konsens unter allen Gelehrten, du schneidest das nicht weg. Konsens. Nächste Frage. Muss ich diese Stelle siebenmal reinigen und einmal davon mit Erde? Kein einzigen Hadith. Wieso sagte der Prophet nicht in diesem Hadith, wenn er von eurem Gefäß ist, oder das Tier reißt, so reinigt diese Stelle, oder was anderes abschlägt, so reinigt diese Stelle. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat nur über, wenn er von eurem Gefäß ist, geredet. Was sagen die Gelehrten? Die sagen dann, das heißt, das ist gar keine richtige Unreinheit, sondern es ist nur eine Taabudi-Angelegenheit. Es ist einfach eine gottesdienstliche Angelegenheit. Da musst du keine Logik reintun. Du musst nicht Logik sagen, ach so, ich muss reinigen, das heißt, der Hund ist unrein. Nein, nein, nur reinigen einfach. Da steht nichts von unrein. Da steht nicht, der Hund ist Nedges. Da steht nur, ich muss mein Gefäß reinigen, von dem ich esse. Das heißt, du willst von dem Gefäß essen, von dem gerade dein Hund gegessen hat. Dann musst du diese Reinigung machen, siebenmal reinigen mit Wasser, einmal davon mit Erde. Muss ich das bei Kleidung auch machen? Wenn ich diese Fragestellung. Versteht ihr? Und deswegen haben die Malikiten, und die haben noch viel krassere Argumente, glaubt mir. Wenn ihr die Argumente hört, ihr werdet am Ende sagen, krass, Bruder, der Hund ist ja rein sein Urgroßvater. Ja, die Shafiaiten haben sehr krasse, die Malikiten haben sehr krasse Argumente in diesem Bereich. Und sie sagen auch noch, ich wollte noch kurz eine Sache dazu sagen, Ah, sie sagen es einfach Tabu, die Angelegenheit. Einfach gottesdienstliche Angelegenheit. Allah sagt einfach reinigt. Da musst du nicht irgendwie Logik und so weiter. Schau mal, wenn ich Wudu mache, ich mache mein Arm sauber, Gesicht, alles sauber, richtig sauber, schön sauber, Maschallah, Wudu gemacht. Jetzt lässt du einen, wie nennt man das? Du lässt einen sausen, du lässt einen knarzen, du lässt einen rattern. Per Konsens unter allen Gelehrten. Du musst neu Wudu machen. Die aller, 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 allermeisten Gelehrten sagen, du musst dein Pfirsich nicht reinigen. So, er heißt ja in Bayern Pfirsich. Du musst dein Pfirsich, du musst deinen Hintern nicht reinigen nach dem Furzen. Du musst nur neu Wudu machen. Jetzt erklär mir mal den Sinn. Ich habe gefurzt. Bruder, meine Hand ist nicht schmutzig geworden. Bruder, der Furz kommt von da hinten. Der Furz kommt nicht aus meinem Arm. Er kommt von da unten. Aber trotzdem, was machst du? Du machst neu Wudu. Ta'ab, Budi. Nicht Logik. Nicht Logik. Aha, ich muss nur meinen Hintern reinigen und dann muss ich kein Wudu machen. Nein, der Prophet hat uns aufgetragen, was sollen wir reinigen. Versteht ihr? Es ist rein gottesdienstlich. Das, was der Prophet gesagt hat, fehlt uns auf ihm, was wir machen sollen, das machen wir. Und dann muss man nicht immer Analogieschlüsse mit einbauen. Leute, 200 Zuschauer, macht schön Like für mich. Bruder, bitte. Diese Like, euch kostet nichts, diese Like. Kostet nichts, diese Like. Von daher, also, ich gebe dem Bruder recht. Viele Gelehrte sagen, selbst wenn es ein Nutztier ist, nicht in deine Wohnung rein. Der Hadif gilt trotzdem. Andere Gelehrten sagen, nein, 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 diese ganzen Hadife mit Engel kommen nicht rein, das gilt alles nur für den verbotenen Hund. Der erlaubte Hund, Jagdhund, Blindenhund, der kann in Wohnung rein. Und dadurch, dass die Gelehrten dann auch sagen, der Hund ist rein, ist das eh unproblematisch. Aber aus was ihr nicht herauskommen werdet, ist, dass man einen Hund nur mit einem Grund halten darf. Einen islamisch-rechtlich-legitimen Grund. Einer schreibt, Bruder, ist Montana Black Muslim? Also meines Wissens ist er kein Muslim, aber er hängt sehr viel mit Muslimen ab. Deswegen, ich sage euch ganz ernsthaft, bei so vielen Sachen, die ich anschaue, ich denke immer, irgendwie aus seiner Perspektive, irgendwie habe ich so richtig in meinem Herzen den Wunsch, dass dieser Bruder Islam annimmt. Irgendwie habe ich so richtig in meinem Herzen, dass dieser Bruder Islam annimmt und inshallah spreche ich auch eines Tages mit ihm. Ja. Und ich würde gerne sein Bruder an der Seite sein. Sein Bruder an der Seite sein, der ihn nicht mit tausend Sachen zubombt. Ach, das ist haram, 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 sondern der, weißt du, ihm step by step ihm auch hilft, Prioritäten und so weiter. In Schatten. Was ist 3 hoch 30 plus 3 hoch 30? Vielleicht zieht er ja eines Tages das Video. 3 hoch 30 plus 3 hoch 30 plus 3 hoch 30 ist, Chat, 3 mal 3 hoch 30 und wenn du 3 mal 3 hoch 30 hast, dann tust du einfach nur 1 dazu hin, das heißt 3 hoch 31. Jamal hat recht. Der Achi hat recht. Schau mal, Jessica, Shanique, Kevin, aber der Achi, Jamal, der hat recht. Exponenten addieren. Das ergibt 3 hoch 31. Was ist 3 hoch 30? Ja. When you wake up on Haid, also wenn du an Haid auf, wenn du an Haid aufwachst und du isst einfach zum ersten Mal richtig nice Frühstück nach 30 Tagen in der Früh, dann machst du den hier. Ich höre 100% Bruder. Eins in den Chat, wenn ihr das fühlt. Ich fühle 100% Bruder. Ich bin genauso Bruder. Ich höre es dir, ich bin genauso. Ja gut, jetzt passt schon wieder so auf den Sünder. Löscht das Fasten im Ramadan alle Sünden? Darüber haben wir geredet, ne? Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten, Minderheit sagt alle Sünden. Genau. Das klingt erstmal uneingeschränkt. Ihm wird vergeben alles, was vor ihm an Sünden war. Min Dambi. Okay, also der Gelehrte ist jetzt der Ansicht, dass es die kleinen und großen Sünden auslöscht. Ist von Ibn Hazm, sagt er, und Islam Ibn Taymiyyah, dass sie diese Ansicht hatten. Ibn Hazm gehörte zu den Zahiriya. Also Ibn Hazm ist sehr wortwörtlich gegangen. Soll ich euch mal ein Beispiel erzählen von den Zahiriya? Kennt jemand den, komm, ich mache Frage in den Chat. Es gibt ein Hadith, dass wenn die Jungfrau heiratet, dann ist das ihre Zustimmung zur Heirat. Wer weiß es? Das der Jungfrau ist eine Zustimmung zur Heirat. Was ist das? Wer kennt den Hadith? Der Kui 0,2 direkt. Genau. Die Gelehrten haben gesagt, also der Prophet Mohammed Finsing auf ihm sagte hier, es kann sein, dass eine Frau sehr schamhaft ist. Sie ist sehr schamhaft, eine Jungfrau, eine sehr schamhafte Frau und sie wird verheiratet und man fragt den Mann, akzeptierst du diese Frau als Ehefrau? Der Mann sagt, ja, ich akzeptiere die Frau. Yay! Dann fragt man die Frau, akzeptierst du diesen Mann als Ehemann? Wenn sie sagt, nein, dann ist die Heirat nicht gültig. Sie sagt, nein, dann nein. Keiner kann die Frau dazu zwingen. Wenn sie sich aber sehr schämt, eben weil sie mit diesem ganzen Mann und so weiter noch nichts zu tun hat und sie schämt sich so und sie will halt nicht, ja, Mann, jetzt ist er meiner. Sie will einfach nicht, sie hat einfach Scham und sie schweigt. So heißt es in diesem Hadith, das Schweigen der Jungfrau ist ihre Zustimmung. Okay? Alle anderen Gelehrten sagen, wenn die Jungfrau sagen würde, ja, ich akzeptiere, ist auch gültig. Ibn Hasim sagt, nein. Ibn Hasim sagt, schau mal, was da steht. Das Schweigen ist ihre Zustimmung. Das heißt, wenn die Frau sagt, ja, ich stimme der Heirat zu, dann hat sie nicht geschwiegen, die Heirat ist ungültig, die machen Sinner. So wortwörtlich sind sie gegangen und da gibt es noch mehrere Themen bei den Doheriyahs, nur so ein Beispiel. Also die Doheriyah sind, die sind einfach, die haben gesagt, Bruder, nimm es wortwörtlich, genau wortwörtlich und das ist sozusagen zu wortwörtlich, zu sehr über das Ziel hinausgesprochen, in das über das Ziel hinausgesprungen, dass man jetzt sagt, wenn sie jetzt zustimmt, dann hat sie dem Hadith widersprochen. Checkt, checkt ihr. Wer hat es nicht gecheckt, der schickt einen Pfirsich in den Chat. Naja, das hat sozusagen, weil er jetzt Ibn Hazm zitiert hat. Aber wir nehmen trotzdem Wissen von Ibn Hazm, klar, natürlich. Aber in diesen Angelegenheiten sagen wir halt, nee, da stimmen wir nicht zu, weil wenn eine Jungfrau bei der Eheschließung zustimmt, dann gilt es als zugestimmt. Genau, er sagt, es gibt doch den Vers im Koran, wahrlich, die guten Taten löschen die schlechten Taten aus. Die guten Taten der Ramadan löschen die schlechten Taten aus. Jetzt ist halt die Frage, As-Sayyiat, zählt zu As-Sayyiat auch Al-Kabair, wie zum Beispiel Al-Fahisha oder Kufr, kleiner Kufr und so weiter. Komplizierte Sache, aber ich sage euch, wenn ihr richtig anfangt, mit islamischen Rechtswissenschaften euch zu beschäftigen, ich sage dir, ab dem Moment hast du Wissen, ab dem du akzeptierst, okay Bruder, das ist echt krass, Alter. Ich halte ab jetzt echt meinen Mund, was islamisches Wissen angeht, das ist ja echt kompliziert. Ab dem Moment sage ich, du bist über ein, du hast inshallah einen guten Step hinter dir. Allein Usul Al-Fiqh, Bruder, allein dieses Thema ist geisteskrank, Bruder. Dass du einfach schaust, was die Gelehrten unterschiedliche Usul hatten und sag mir mal, welche von diesen Usul richtig sind. Ja, Bruder, da gehen alle schon schlafen, da gibt es, glaube ich, in Deutschland gibt es keinen, der dir das zerlegen kann. Hoffentlich löscht es alle Sünden aus, das Fasten von Ramadan. Ja, Juh, schreibt schweigen. Bruder, Bruder, einfach fünf Minuten später. Wer feiert eigentlich Star Wars? Eins in den Chat, wer Star Wars mag? Oh, jeder, das ist aber schon stabil, Oder ab jetzt im Antivostream habe ich immer so einen Star Wars Shred mit dabei. Immer wenn ich weiß, dass ich jetzt zerstören werde, mache ich einfach dieses Schwert an. Aber auf jeden Fall der letzte. Eins, eins, viele Zweier. Aber schon viele Einser. Ach so, das sind irgendwie 30 Einser von einem, Bruder. Okay, oh mein Gott, ich schwöre es dir. Diese Tests, ich kann damit gar nichts anfangen, Bruder, aber wir machen es mal mit, okay? Schauen wir, ob wir Tripophobia haben, ob wir irgendeine Phobie haben. Bismillah, Bruder. Ok, er zeigt uns fünf Fotos, wenn wir es nicht bis zum fünften Foto schaffen, wenn wir uns unangenehm fühlen, dann haben wir Tripophobia, was immer das auch ist, Bruder. Aber stopp, bevor ich weitermache, ey, stopp, bevor ich weitermache, Like. Bruder, ey, ich schwöre bei Like, ihr seid gutgeizig, Bruder bei Like. Als ob euch das Geld kostet. Mindestens 280 will ich knacken. Ich schwöre, einer hat gerade Like weggemacht. Es sind einfach 260, einer hat gerade Like weggemacht. 280 Likes will ich knacken, dann mache ich ins Jahrhundert das Video weiter. Sonst, ich sitze hier nur da und trinke Chip Fluff Zero Lemon. Weil ich verstehe nicht, Leute, es kostet euch doch nicht. Wenn ihr mich schaut, okay, ihr findet mich komisch. Ihr findet manche Ansichten von mir komisch, kann ich verstehen? Leute, ich sage euch eh, die Ansichten, die ich habe über islamrechtliche Themen, Bruder, es kann sein, dass ich da auch meine Meinung noch ändern werde. Definitiv. Die Überzeugung, die ich in meinem Herzen habe, dass Allah der Eins, dass Allah der Schöpfer des Universums ist, der Schöpfer von uns ist, dass Allah existiert, dass der Koran die Wahrheit ist, dass der Islam die Wahrheit ist, dass wir nach dem Tod zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren, das ist eine felsenfeste Überzeugung, da gibt es keine Diskussion. Aber islamrechtliche, interne Themen, und da sage ich selber, Bruder, kann sein, dass ich falsch liege. Diese islamrechtlichen Themen, das Halal, das Haram, wie sollte man sich da zu dem Thema äußern, kein Problem, Bruder, da sage ich nicht, dass ich da, dass ich da 100% die richtige Ansicht nahm. Es kann sein, dass ich irgendwann mal meine Meinung zu manchen Thematiken ändere. Und das ist halt das, was ich aktuell für Ansicht nahm. Bruder, dann könnte man trypophobia. So let's go. Number one. And how about this? Feeling uncomfortable yet? Nearly there. Last one. So let me know whether or not you have trypophobia in the comments down below. Wer fand's unangenehm? Eins ja, zwei nein. Also das eine hat mich irgendwie ein bisschen getriggert. Das hier hat mich irgendwie so ein bisschen getriggert, Bruder. Aber jetzt nicht Angst oder sowas. Ach, das sieht irgendwie so... Das sieht mir irgendwie... Nearly there. Also geht es um die Angst vor Löcher oder wie? So let me know whether or not you have trypophobia in the comments down below. Ich habe ja gesagt, Digga, mit diesen Videos kannst du nichts anfangen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es eine Fall gestellt ist von Männern. Wenn die sagen, dass ungeschminkt sein besser ist und schminkehässlich kann nicht sein. Ich fühle mich wirklich verstecken. Ich fühle mich wie eine laufende Leiche. Stimmt? Schminke ist hässlich. Junge. Außerdem zweite Information. Ich habe die Erkenntnis, dass ich handysichtig bin. Ich gebe es offen und ehrlich zu. Ich will auch wirklich etwas dagegen tun. Also ich sage euch ernsthaft. Sie, dieses Schminkthema, ich sage euch ernsthaft, diese Frauen sehen für mich alle gleich aus, die sich diese Tonnen Schminke ins Gesicht schmieren. Die sehen alle gleich aus. Die haben Lippen dick wie Sujuk. Es sieht sowas von unattraktiv aus. Leute, eins, wenn ihr mir zustimmt in dem, was ich jetzt sage. Ich finde diese fetten Lippen, das sieht so komisch aus. Das sieht gar nicht gut aus. Dann dieses, dass sie ihr Gesicht so braun machen. Sie sehen aus wie ein Sofa, finde ich. Die sehen aus wie Inneneinrichtung, Innenausstattung von dem neuen Fünfer-BNW. Dieses braune, dieses zugekleidung, es sieht einfach nicht gut aus, Bruder. Wer, wer, wem gefällt das? Einer schreibt, wie ein Schlauchboot. Ja! Und die sehen alle gleich aus. Ich finde, die sehen alle gleich, die x-beliebige Shaya, Chantal. Das sieht alles gleich aus. Diese Frauen haben für mich gar keine Persönlichkeit mehr, weil sie sich so zugeleistern. Ich finde, das sieht gar nicht schön aus. Und wenn du eine Frau hast, die, selbst wenn sie dann ein paar Pickel hat und ein paar, ist halt nicht ganz perfekt, aber irgendwie, das sieht natürlich und es sieht menschlich aus. Ich finde, das sieht viel, das sieht nach Persönlichkeit aus. Und das andere sieht einfach, finde ich, aus, wie so einfach so ein x-beliebiges 0815 zugeballertes. Also meine Meinung, mein Geschmack. Also kann ja jeder anders sehen, aber für mich sieht es aus wie eine Innenausstattung von 5er BMW. Dieses braune sieht aus wie ein Sofa, finde ich. Ballon-Jerrys. Das kann ich für Sie tun. Hallo, Natascha hier. Ich wollte positives Feedback zu den Ballon-Jerrys-Produkten dalassen. Tag 11, an dem ich meine Lieblingsfirma anrufe, bis ich gratis Produkte bekomme. Sie ruft einfach bei Firmen an und wartet, bis sie gratis Produkte bekommt. Ja, und was geht es? Feedback dalassen. Ja, selbst. Vielen Dank. Haben Sie sonst noch kurz die Zeit, im Anschluss die zwei Fragen zu beantworten? Dort können Sie unter anderem auch noch das Produkt bewerten und einmal auch mich und unser Gespräch... Okay, also das heißt, sie bekommt das gratis Produkt nicht. Hey Leute, wir hatten davon mitbekommen. Ach, jetzt kann ich das gar nicht zeigen. Wie mache ich das denn jetzt, Leute? Kann ich das so machen? Ah, so sieht man es ein bisschen wenigstens. Aua. Leute, wer hat, wer hat davon mitbekommen, von diesem, mit diesem, äh, wie heißt denn der Typ? Johnny, ach, nicht Johnny Depp. Ja doch, Johnny Depp, oder? Ja doch, Johnny Depp. Oder krass. Wisst ihr, was ich nicht verstehe? Also ich hoffe, das ist jetzt nicht böse gemeint oder so, aber weißt du, was ich nicht verstehe? Ähm, jetzt mal so ganz, das klingt jetzt vielleicht sehr, äh, wie nennt man das? Äh, wie nennt man rassistisch, aber nicht auf Rassen, sondern in Bezug auf Frauen und Männer, wenn man da so leichtfertig Sachen sagt. Sexistisch, nennt man das so? Ich glaub schon, gell? Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich denke mir, in der Regel, außer deine Frau ist jetzt eine UFC-Kämpferin, macho-schistig, schreibt einer, antifeministisch, nee, das heißt schon sexistisch, gell? Echt, was ihr für Unsinn im Chat schreibt, unglaublich, Leute. Auf jeden Fall, ich kann es nicht so ganz, was ich an der Story nicht so ganz verstehen kann, ich mein, wenn deine Frau keine UFC-Kämpferin ist, dann kann doch eigentlich die Frau in so einem normalen Kampf jetzt nicht wirklich den Mann so jetzt richtig, also, ich weiß nicht, ob das jetzt falsch klingt, aber nicht so richtig, oder irre ich mich da, nicht so richtig K.O. fertig machen, sodass der Mann jetzt irgendwie in Angstzuständen lebt, oder? Außer jetzt, die Frau hat eine Knarre und bedroht ihn oder so, aber wenn das jetzt eins gegen eins, Faust gegen Faust ist, dann Achso, einer schreibt, sie schlägt aber mit Flaschen und so. Achso, sie hat mit Gegenständen geschlagen. Aber was ich nicht verstehen kann, Frauen können blaue Flecken verteilen. Hakan schreibt ein Lucky Punch und K.O. Lucky Punch ist dieses, dass sie versuchen, voll auszuholen. Das machen manche Boxer. Wenn die Boxer merken, dass sie voll am Verlieren sind, es gab mal so einen Kampf, Klitschko oder so, da war einer voll am Verlieren und er hat gemerkt, Klitschko macht ihn voll fertig. Er hat die ganze Zeit versucht, so ein Lucky Punch, so mit voller Wucht, aber die gehen in England, gingen alle daneben. Er hat versucht, so ein Lucky Punch, so dass er einen Schlag trifft, der richtig mit Schmackes kommt und dass er dann, stellt euch mal vor, ihr verheiratet eine Frau mit Blumenkohle. Dann weißt du schon, oh, lieber kein Stress mit dir. Oha, also dieser Mann, ich weiß nicht, ob ich das anschauen will, also die, eigentlich soll man nicht die Fehler seines Bruders offenkundig machen, von daher, das ist alles andere als Sunder und deswegen schaue ich mir das auch nicht an. Also sozusagen, der Mann hat was Schlechtes gemacht und man macht extra einen TikTok und tut das online stellen. Auch wenn er was Schlechtes gemacht hat, aber, naja. Oh Mann, das ist das Problem ist halt, da werde ich jetzt weggestriket, wenn, ähm, weil das ist irgendwas von Arte. Ich hab's getan, ich hab den Koran angezündet und, ähm, es war ein Moment der Befreiung. Ich fühlte mich einfach total frei. Ich hatte in dem Moment einfach keine Angst mehr, mein Herzschlag normalisierte sich und ich fühlte mich einfach frei. Da war ich dann einfach sicher, es gibt keinen Gott und, ähm, der Koran ist da. Gott, Alter. Also ich schwöre, wenn ich Gründe, die Gründe höre, wieso Leute den Islam verlassen, dann denke ich mir echt, also von der Intelligenz her, passt, passt eigentlich deine Entscheidung, passt perfekt eigentlich. Also von Intelligenz her, ja, passt, passt schon, ja. Oder wer auf der ganzen Welt hat gesagt, wenn du den Koran verbrennst, trifft dich der Blitz. Wisst ihr, diese Aussage, gibt es sogar ein Vers dazu. Es gibt ein Vers dazu. Es war, als die Juden zur Zeit des Propheten Mohammed, auf ihn, die haben zum Propheten gesagt, As-Samu alaik, möge der Tod auf dir sein, anstatt As-Salamu alaik. Sie haben gesagt, möge der Tod auf dir sein. Wisst ihr, was die Leute gesagt haben, die Juden? Die haben das als Bestätigung genommen, dass der Prophet unmöglich der wahre Prophet ist. Im Koran sagt Allah, وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ Und sie sagen in sich selbst, لَوْ لَا يُعَذِّبُونَ اللَّهُ بِمَا نَكُولُ Sie denken sich selbst, würde Allah uns doch dafür bestrafen, für das, was wir zu seinem Propheten sagen. So nach dem Motto, wir sagen ihm, Tod sei auf dir, der Blitz trifft uns nicht, wir sehen keine Strafe, wäre er der Prophet, würde Allah uns doch bestrafen. Allah antwortet, was für ihre Strafe sein wird. حَسْبُهُمْ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ihr Genüge soll Jahannam sein, die Hölle sein, der sie ausgesetzt werden und welch schlimmer Aufenthaltsort. Also beim besten Willen ist wirklich nicht böse gemeint, aber wenn man das als Grund nimmt, zeigt mir, man hat sich mit Islam null auseinandergesetzt, wirklich absolut null. Man kann den Islam gar nicht verlassen, weil du warst wahrscheinlich im Islam gar nicht drin, weil du hast dich ja nicht damit auseinandergesetzt. Nimm mir mal einen Gelehrten auf der ganzen Welt, der sagt, wenn man den Koran verbrennt, wird man vom Blitz getroffen. Er hat den Fers gepostet, Barakallofik. وَيَكُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِبُونَ اللَّهُ بِمَا نَكُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمَا يَسْلَوْنَهَا فَبِيْسَ الْمَصِيرُ أَجَهَنَّمُ يَسْلَوْنَهَا فَبِيْسَ الْمَصِيرُ Machen wir weiter. Also nochmal dasselbe. Oh, das ist so lang. Fünf Minuten. Oder soll ich mir das echt anschauen? Friede mit ihm sagte, oh, Abu Dahr, weißt du, wo du... Oh, du Rahman. Er hat das jetzt zu lang. Fünf Minuten. Eigentlich heißt es auch TikTok Reaction, Leute. Schon das dritte, vierte YouTube-Video. Ich sag dir ernsthaft. Schwester, wenn du das siehst. Okay, 500.000 Leuten gefällt es. Mir gefällt es. Kannst du noch einen Zweit-Account machen, wo du nicht so komisch schaust? Kannst du einfach einen Zweit-TikTok-Account machen, wo du nicht so komisch schaust, immer so... Ich würde das feiern. Auch wenn ich der einzige Nutzer bin, ich würde übertrieben feiern. Mich triggert das übertrieben, wie du immer so... Mich triggert das übertrieben, Schwester. Aber ich kann es verstehen, wenn du sagst, mich interessiert deine Meinung nicht, den anderen 500.000 gefällt es. Was machen die, Knärfe? Boah, das sieht gut aus, Bruder. So machen wir tatsächlich Sirup. Bisschen Zitrone, Zucker, Wasser, Barst. Mama, falls du das Video gesehen hast, bitte nachmachen. Oh, dann noch mit Pistazien. Bitte nachmachen, Mama. Bitte aufschreiben, bitte zurück. Boah, der mich irgendwie triggert, mich das so. Mich macht das irgendwie so aggressiv, diese, diese... 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 diese Blicke. Oder diese Sonnenblumenöl-Sache. Nur zwei. Warum zwei? Weil wir nur zwei rausgeben. Ah, weil ich habe heute meinen Fertesen entleert. Du brauchst drei Liter, glaube ich, meinen Fertesen. Nee, ich habe nur zwei Rotkämpfeln. Okay. Bruder, übrigens, diese Öl-Sache nervt mich übertrieben. Mir kommt es vor, es gibt in diesem... da, wo wir leben, es gibt richtig egoistische Menschen, Bruder. Wie egoistisch musst du sein? Ich schwöre es dir, ich kann mir vorstellen, es gibt Menschen, die leben hier, die haben zehn Kilo Nudeln bei sich. Und wenn was ausbrechen würde, ein Krieg, und wir sind am verhungern, Nachbarn sind am verhungern, weil wir nicht zehn Kilo Nudeln den Leuten weggekauft haben. Die würden uns eher verhungern lassen und einfach ihre zehn Kilo Nudeln weiterhorten. So kommt es mir vor, voll egoistisch, Digga. Keiner denkt an das Gemeinsame, jeder denkt nur an sich. Also nicht jeder. Das sage ich nicht über jeden. Es gibt ja viele Leute, auch viele Deutsche, oder die meisten Deutschen, regen sich darüber auf, wie diese Leute hamstern. Aber ich sagte, diejenigen, die immer so richtig dreist hamstern, ich finde das krank egoistisch, Bruder. Ich finde das richtig egoistisch. Ich meine, es ist ja eh sinnloses Hamstern, aber selbst wenn es sinnvolles Hamstern wäre, Bruder, würde ich das nicht machen. Ich finde das dreist. Bruder, wenn ich in einen Laden gehe und der hat eine ganze Packung Sonnenblumenöl, ich würde nicht mehr auf die Idee kommen, das Ganze wegzukaufen. Einfach Egoismus wegen. Ich finde das nicht schön, Bruder. Ich finde das gar nicht schön, Bruder. Nach dem Tarawih-Gebet schön eine Pizza fetzen. Fühle ich zu 100 Prozent. Uff, und die Pizza sieht geisteskrank aus, Bruder. Ich erkenne das an dem Look. Schon an dem Look dieser Pizza erkenne ich, dass es eine gute Pizza ist. Ist die Pizza super knusperig. Für mich und dich, Bruder. Gönnt euch Schwestern, möge auch lauter Tarif. Geht auch nicht. Stimmt ihr dem zu, Leute? Manche Frauen haben ja Angst, dass sie zu anhänglich sind an dem Ehemann. Aber würdet ihr zustimmen? Er sagt, wenn du die richtige Frau hast, dann freust du dich, zugetextet zu werden. Du magst es gar nicht, wenn sie eine Nachricht liest, aber nicht antwortet. Und du magst von ihr die ganze Zeit bombardiert werden. Also, ich sag auch ja. Akame. Tja, Akame. Wer ist diese Akame? Er schreibt, ich hab kein Wort verstanden, aber ich will mehrere Frauen. Ohanovic sagt, er hat alle Männer geoutet. Okay, ein Zweier ist da, aber sonst alle sagen ja und eins. Ich denke nämlich wirklich, manche Frauen denken, das müssen sie so machen. So, oh, ich darf nicht zu viel schreiben und sowas. Aber ich glaube, die meisten Männer stimmen dem nicht zu. Ich habe eh schon gemerkt, meisten von hier sind Single. Wir können eigentlich diese ganzen Sachen immer skippen. Muss man am Ramadan genau bei Fajr mit dem Essen aufhören oder kann man warten, bis die Sonne aufgeht? Bis die Sonne aufgeht? Das verwechseln die Leute immer. Ja, wir essen ab Sonnenuntergang, aber wir essen nicht bis Sonnenaufgang. Wir essen nicht bis Schuruk. Keiner isst bis Schuruk. Wir essen bis Morgendämmerung, nicht bis Schuruk. Ich möchte wissen, muss man am Ramadan genau bei Fajr mit dem Essen aufhören oder kann man warten, bis die Sonne aufgeht? Man muss spätestens zu Fajr mit dem Essen aufhören. Ja, spätestens zu Fajr. Dieses Sonnenaufgang ist falsch. Der Sonnenaufgang ist dann das Fajr weg. Dann kannst du Fajr nicht mehr beten. Das ist Sonnenaufgang. Wenn man weiß, dass Fajr eingetreten ist und mit Absicht weiter ist, dann ist das fast ungültig. Ja, das stimmt. Es gibt manche Gelehrte, die haben gesagt, es gibt eine Überlieferung über den Propheten, der hat gesagt, wenn ihr den Adan hört, den Gebetsruf hört, ihr habt aber noch euer Trinkgefäß in der Hand, dann erledigt eure Hajar, das heißt, trink, bis du satt bist oder sit bist oder wie das heißt und dann lasst das Glas erst liegen. Manche Gelehrten haben daraus abgeleitet, dass wenn wir den Adan hören, aber du hast ein Trinkgefäß in der Hand, du willst gerade trinken oder du bist sogar am Trinken, dann kannst du noch fertig trinken und dann erst weglegen. Und manche Gelehrten haben gesagt, nein, damit ist nicht der Fajr Adan gemeint, damit ist dieser Adan gemeint, den man davor gemacht hat. Man hat nämlich, zu der Zeit des Propheten hat man vor dem Fajr Adan noch ein Adan gehabt, wo der Prophet sagt, hier müsst ihr noch nicht aufhören mit Essen und Trinken. Und deswegen gibt es auch manche Gelehrte, die sagen, diese Im-Serk-Zeit ist eine Sunnah. Das ist keine Bidda, das ist eine Sunnah, diese Im-Serk-Zeit. Weil sie sagen, diese Zeit, wo die, es gibt sozusagen die Streitigkeit ist, diese Zeit, wo es heißt, 50 Verse konnte der Prophet lesen, es gibt ein Hadith, 50 Verse konnte der Prophet lesen, zwischen, und jetzt ist die Frage, bis Fajr, also das heißt, er hat aufgehört zu essen, und bis Fajr war noch eine Zeit von 50 Versen. Oder heißt es nur, er hat in einer Zeit gegessen, die ungefähr, als ob man 50 Verse rezitiert hätte. Und daher kommt diese Meinungsverschiedenheit. Genau. Genau. Und deswegen im Serk, und manche Gelehrte haben gesagt, diese 50 Verse, manche Gelehrte haben das so interpretiert, dass sozusagen der Prophet Muhammad für den Segen auf ihm, er hat aufgehört zu essen, nicht in der Sekunde, sozusagen bis zum Limit gegessen, sondern es gab 50 Verse, die man rezitieren konnte, und diese Zeit hat er vor, Fajr aufgehört zu essen, sozusagen sicherheitshalber, schon sich zurückgehalten im Serk. Und manche Gelehrte haben diese 50 Verse dann in Zeit umgewandelt, das heißt, wie viel ist das ungefähr, und haben daraus extrahiert, 10 Minuten, 15 Minuten, und deswegen gibt es diese im Serk Zeit, wo man nicht sagt, danach, wenn du isst, ist dein Essen ungültig, nein, 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 sondern einfach nur, es ist besser, zu dem Zeitpunkt aufzuhören. Und manche Gelehrte sagen, nein, 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 das bezieht sich nicht auf die Zeit davor, du kannst ruhig bis zur letzten Minute essen, und das ist sogar sünder, dass du noch bis zur letzten Sekunde durchziehst. Wie gesagt, Bereich der Meinungsverschiedenheit, alles respektieren. Diga, schreibt irgendein Mensch, dieser alten, süßen Frau, ich hoffe, sie sterben? Bah, legache. Ich hoffe, du bist kein Achi, also. Diga, ich schwöre, solche Leute, das ist wirklich, das zeigt für mich, es gibt im Internet so eklige, schlimme Menschen, Bruder. Ich denke mir, das ist der Abschaum der Gesellschaft. Kennt ihr so? Wenn in Deutschland Katastrophe wäre, es gäbe keine Polizei, kein Recht und Ordnung, dann gäbe es doch bestimmt viele Menschen, die würden morden, das wären so richtige Banditen, so richtig Abschaum der Menschheit. Ich denke mir, diese Leute im Internet, die so richtig eklig sind, das sind genau die von der Sorte. Die wären, wenn es kein Recht und Ordnung gäbe, das wären die schlimmsten Menschen. So kommt es mir immer vor. Weil das ist so, wo ich mir denke, Bruder, charakterlich kannst du ja gar nicht gemeiner sein, Alter. Wie kann man so unmenschlich sein? Also falls Sie das sehen, gnädige Frau, ich weiß nicht, wie alt Sie sind, schätze ich jetzt 35, 37, 38. Ich hoffe, Sie haben noch ein langes Leben und ein gesegnetes und gutes Leben. So aus dem Fliege inshallah mit dem Islam. Daheim. Ich sage dir jetzt mal meine Meinung dazu. Na gut so. Ich schwöre, sie nimmt es mit Humor. Alles klar? Tschüss. Das finde ich schön, dass sie sich das nicht, dass sie sich das nicht zu ernst nehmen. Das ist ein Nicht-Muslim, der anscheinend Misswork probiert. Naja, kannst du einfach so kannst du auch mit einem Messer machen. Übrigens, der Misswork, es geht nicht um einen bestimmten Baum. Das ist euch schon klar, gell? Das ist nur halt ein Baum, der geeignet dafür war. Aber es ist nicht irgendwie die Sunda, dass du diesen Baum hast oder so etwas. Du kannst rein prinzipiell eine Zahnbürste nehmen. Das ist ein Misswork. Du kannst eigentlich vor dem Gebet, weil vor dem Gebet ist es eine Sunda, dies zu machen. Und der Prophet hat sogar gesagt, wenn es nicht eine zu große Anstrengung wäre, hätte es zur Pflicht gemacht, dass man diese Misswork benutzt. Es zeigt, wie wichtig Reinigung und die Reinigung und die Gelehrten sagen sogar, die Reinheit des Hauses ist eine islamische Forderung. Dass du zu Hause, dass es gereinigt ist. Das ist Teil des Glaubens. Da gibt es eine authentische Überlieferung darüber. Genau, jetzt machst du Quark. Also Bruders Problem ist, manche davon schmecken, finde ich, wie Feuerwerkskörper. Ich habe mal einen gehabt, der hat für mich wie Feuerwerkskörper. Und dann seit dem Tag habe ich irgendwie Angst gehabt, dass da voll Fett Chemie drin ist und trinke währenddessen Schwippschwapp und so weiter. Hat Angst vor Chemie. Man kennt ihn. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwie lange Zeit gar nicht mehr verwendet. Und ich benutze einfach Zahnbürste. Aber Zahnbürste ist halt unrealistisch, dass du vor dem Gebet die Zahnbürste auspackst. Und wenn man ehrlich ist, äh, was, äh, äh, wenn man ehrlich ist, äh, wie heißt es? Äh, my hair got brain, brain freeze. Ach so, es ist schon cooler, diesen Stock rauszuholen und den hier zu machen. Ah, es ist eine Zahnbürste. Ich glaube, der Nichtmuslim würde einen noch schiefer anschauen. Und wenn man so an der S-Bahn chillt und mit Zahnbürste auf einmal seine Zähne reinlegt. Genau, ja. Ja, ja, musst du ausspielen. Very, very bitter. Ja, ausspielen. Aber jetzt machst du einfach den. Und jetzt, was soll ich machen? Nicht die ganze Zeit nur kauen. Genau. Ja, genau, ja, 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 Mascharab oder es ist eh schon weiße Zähne wie sonst was. Doch, machst du vollkommen nicht. Ja, genau so. Tyler Cameron rejecting my sister request for a pick but her still freaking out. Wer ist Tyler Cameron? Keine Ahnung, wer Tyler Cameron ist. Aber wird mich dick triggern, wenn meine Frau zu irgendeinem anderen Schauspieler ist mir egal, kann auch Leonardo DiCaprio sein. Bruder, gehst du nicht dahin und machst da ein Hoto mit ihm. Wird mich dick triggern. so sieht's aus, wir haben hier einen Veggie-Tender von Bruder, diese Veggie-Chicken sind Geisteskrieg. Ey, schon wieder ist da jemand. Ich weiß, ihr seid wirklich die... Sorry, Leute, ich ban den kurz weg. Sorry, Leute. Mod von mir schläft, glaube ich. Bruder, diese Chicken Geisteskrieg. Bruder, diese Chicken Ersatz Burger King, Bruder, die zerstören, Bruder, die rasieren komplett. Panade und den kann man kaum unterscheiden, oder? Krass. Das ist vegetarisch Basis von Aber irgendwie dieses Feeling, dass ich in irgendeine Pappmaché reinbeine, weiße und gar nicht weiße, was das ist. Irgendwie. Ich weiß nicht. Das gibt mir irgendwie so... Leute, wer feiert, wer kennt die Burger King Veggies oder KFC Veggies von Chicken? Eins in den Chat, wer das kennt. Und feiert ihr das? Ich finde, man schmeckt keinen Unterschied. Wenn man ganz ehrlich ist, schmeckt man keinen Unterschied. Bei Rindfleisch glaube ich euch, dass hier Unterschied schmeckt. Die haben auch Rindfleisch, die Burger King. Veggie. Habe ich nicht so gefeiert, muss ich sagen. Aber die Chicken, Bruder, Maschallah. Richtig. Du bist auf Festi Ramazan. Alle denken Partnerbörse und alle essen vor Öfter. Bruder, was ist dieses Ramazan-Festi? Ich check das nicht. Was ist das, Bruder? Ich kenne das gar nicht. Jetzt schreibt mal rein, aber jetzt nicht dieses Übertreiben. Ist es wirklich so schlimm, wie viele sagen, dass da irgendwie so voll die Partnerbörse und so gefühlt eine Disco im Freien ist? Ist es jetzt wirklich so krass schlimm? Ramazan-Festi. Wisst ihr, was ich halt nur kenne von den Türken? Ich kenne Wie heißt es? An die Türken. Kennt ihr Kermes? Kennt ihr Kermes? Kermes machen bei uns die Türken, die türkischen Moscheen immer so. Also das ist voll stabil, Bruder. Schön essen, Leute, alles cool. Kann man Kermes mit Ramazan-Festi vergleichen? Weil Kermes sah jetzt für mich ganz normal aus. Da war jetzt nicht irgendwie was Schlechtes. Ich war schon ganz oft auf Kermes, habe nur nie was Schlechtes. Ja, okay, es läuft bei manchen Musik, aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass da jetzt eine Frau Shake Your Booty irgendwie in die Mitte springt oder sowas. Genau, Baba Adana, Jawus Weiß. Also dieses Ramazan-Feste, ich war da noch nie, ich kann das nicht, also er sagt hier Partnerbörse und alle essen vor Eftar. Boah, das wäre schon schade, Bruder. Wenn man sagt, wir machen hier so mäßig Kermes, aber halt Ramadan, was eigentlich finde ich voll die süße Idee ist. Aber das dann auf einmal so. Ich höre, also ich feiere, dass er diese, 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 diese Hintergrundmusik, wo, oh, jetzt kommt. Ich höre, ich finde, ich finde, es wird voll inflationär benutzt. Diese Hintergrundmusik, wo man sagt, boah, jetzt kommt was voll Deepes. Und meistens ist es null Deep, aber einfach nur diese Hintergrundmusik. Das ist, glaube ich, von Interstellar sogar. Deswegen lustig, wo da wie er das Hops nimmt. ein bisschen Zitane, steuere, 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 ich halte, dass er nicht was hat. Zitane, du, du, Ah, einfach mit jedes Lampen bist. Hey, man, du, mit jedes Lampen geht. Er geht mal vorhin in die Büsse, die ab. Stell dir vor, wir machen jetzt diese Öl. Sofern mit einem Bittschuhl. Stell dir vor, im Bus sogar mit einem Bitt. Die Jugend ist ja richtig kaputt. Oh mein Gott, oder? Wenn mein Kind sowas sagen würde, Bruder, ich würde erst mal zwei Monate Hausarrest, Bruder. Du kommst von der Schule, du setzt dich nach Hause. Bruder, alter Schwier. Ja, okay, zwei Monate Hausarrest ist auch ein bisschen übertrieben. In diesen Kleidersäcken schon die kleinen Mädchen verschleiert, die Teenies verschleiert und so. Was denkt man sich da? Oh, Multikulti, das ist alles so divers, so bunt. Ja, lass halt, wenn wir unsere Töchter bedecken wollen und ihr sagt, nee, die Töchter muss man ausziehen, Bruder, lass mich doch bedecken und ausziehen. Und du sagst halt, du möchtest, dass deine Tochter Praktikum als Sofa macht mit so viel Schminke. Ja, jeder, wie er möchte. Du möchtest, dass sie ihr Praktikum als Sofa macht? Wir möchten dir halt, dass sie sich anständig kleidet. Das ist doch unsere Sache. Wieso regst du dich darüber auf? Oder sonst, das kann mir doch keiner erzählen, dass man sich denkt, oh, wie schön, Multikulti. Ich würde, diese braunen Farbe ist eins zu eins die neue Innenausstattung von 5er BMW. Eins zu eins diese Farbe, Bruder. Oder wenn ich die ganzen Gefühl, Entschuldigung, das Z-Wort darf man ja nicht mehr sagen, Sinti und Roma oder sonst was. Oder keine Ahnung woher oder so. Aber die sind so rassistisch, die ist, ich glaube, das ist nicht ernst gemeint, oder? Ungepflegte Jogginghosenfraktionen, wenn sie nicht mit Kopftuch unterwegs ist oder so, die wirklich lauthals in ihr Telefon sprechen, mitten im Klamottenladen irgendwie, mit Lautsprecher und sonst was. Also man weiß auch überhaupt nicht, was sich gehört. Okay, aber ich muss ehrlich sagen, ich gebe ihr schon recht, also nicht natürlich, dass sie gegen eine bestimmte Gruppe schießt, aber ich denke mir, auch vom Islam ist es sehr wichtig, dass man sich an das Gute und Schlechte im Volk hält. Das heißt, im deutschen Volk ist es eigentlich verhasst, dass du irgendwo laut telefonierst. Wenn du laut in der S-Bahn telefonierst, das ist unter dem deutschen Volk verhasst, das ist ein Zeichen von wenig Adept, von wenig Anstand. Und deswegen, ein Muslim macht dann so etwas nicht. Und er tut schauen, dass er das Volk respektiert und deren Kultur und Umgang respektiert. Also da gebe ich ihr schon recht. Aber halt die Art, wie sie es sagt, oder dass sie das auf eine Personengruppe schiebt und sowas, dick rassistisch, also dick rassistisch, oder macht lieber Umschulung als Sofa und lasst uns alle in Ruhe. Ich will mir das jetzt auch nicht alles anschauen, Leute. Oder wollt ihr, dass ich das weiter schaue? Wenn ich einen Aufzug dazu steigen muss, also ich bin, bin irgendwie... Leute, like mal streamen. Es kommen immer neue Leute dazu, sie liken einfach nicht. Oder wieso? 315 Likes. Kommt schon, macht mir 330 voll. Für mich. Wir machen so, bei 340 Likes macht sie in Schaala Umschulung als Sofa und macht keine TikToks mehr, sondern macht ab jetzt Umschulung als Sofa und dann arbeitet sie nur noch als Sofa. Den ganzen Körper macht sie braun in Einrichtung BMW Fünfer. Eine Frage, was hast du mit Sofa... Kennst du nicht diese Sofas, die so braun sind? Muss ich euch das erst zeigen? Okay, ich zeig's euch kurz. Ah, perfekt. 1 zu 1. Wie komm ich jetzt hier zurück? Ich zeig's euch. Schaut. Ich geh jetzt auf einen Link. Ihr werdet denken, das Bild hat sich gar nicht geändert. Ihr seht immer noch genau dasselbe. Genauso. Sieht man das? Schau mal, genau so sieht deren Farbe von ihrem Gesicht aus. Das Schlimme ist, stell dir mal vor, sie würde sich in den BMW reinsetzen. Du würdest denken, sie ist unsichtbar. Du siehst sie auf einmal gar nicht mehr. Sie setzt sich so rein, sie verschwindet einfach. Wo ist meine Frau hin? Oha, wo ist meine Frau hin? Christina sagt, du bist fies. Christina, du musst aber erst schauen, was sie gesagt hat. Du musst erst schauen, was sie gesagt hat, wie sie rassistisch geschossen hat. Bruder, das ist noch nett. Sie kann sich abschminken, dann sieht man sie wieder auf dem Fünfer BMW. Oida, wie hast du den Trick gemacht? Man sieht dich plötzlich wieder. Oida, wie machst du das? Ich würde sonst niemals gegen, äh, ich würde sonst niemals gegen Menschen schießen, aber Bruder, wenn sie rassistische Äußerungen macht, dann komm. Weg dann. Abul Barra sagt, dass man Surah Al-Fatihah für die Toten nicht lesen darf. Man darf die Surah Al-Fatihah für die Toten nicht lesen. Also guck mal, in dem Fall bin ich hier zweideutig. Du sagst, man darf nicht und er sagt, also er sagt, man darf nicht, du sagst, man darf vielleicht. Laut deiner Aussage kommt das so hin. Erstens, das Wort dürfen. Man darf das machen. Du darfst Surah Al-Fatihah auf einen Toten rezitieren. Bevor jetzt die anderen kommen, wartet, ich bin nicht fertig. Ich sagte, man darf. Aber dieses Al-Fatihah, diese Rezitation, wird dem Toten nichts bringen. Das kommt bei ihm nicht an. Warum? Weil der Koran hat ja die Al-Fatihah, hat Bakara Surah, hat Yasin Surah, hat andere Surah. Der Koran wurde wofür herabgesandt? Für die Toten oder für die Lebendigen? Ich meine, das war in Surah Yasin, da steht das und man sagt ja, man liest Surah Yasin für den Toten und dann sagen die Gelehrten, oder wieso soll ich Yasin für den Toten lesen? In Surah Yasin sagt Allah, der Koran ist, damit er denjenigen warnt, man kane hayya, der lebendig ist. Dafür ist der Koran. Aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch das ist eine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten, ob man das machen darf. die Hanbaliten und die Hanafiten, sie sagen, du darfst jegliche Tat für den Toten machen. Du darfst für ihn Hajj machen, du darfst für ihn Gebete nachbeten, du darfst für ihn fasten, du darfst für ihn spenden, du darfst für ihn beten, Koran lesen, alles. Und sie sagen, die Taten kommen sogar bei ihm an. Die Shafiiten und die Malikiten sagen, du kannst das gerne machen und kannst dann Dua machen, oh Allah, schreib es ihm am Lohn zu. Aber sie sagen, der Lohn kommt nicht an. Kommt nicht an. Sie sagen nicht eine Bidda. Meines Wissens sagen sie nicht Bidda. Ich kenne von keinem von denen die Aussage der Bidda. Das ist eher von neuzeitigen Gelehrten, die sagen, es sei eine Bidda. Was ich nicht nachvollziehen kann, wenn es jahrelang die Diskussion nur war, kommt der Lohn an oder kommt er nicht an. Die Hanafiten und Hanbaliten sagen, der Lohn kommt an. Wir argumentieren sie auch Ibn Taymiyyah. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah sagt, der Lohn kommt an. Du sollst diese Taten, das ist gut, diese Taten zu machen. Und sie sagen sogar, du kriegst doppelten Lohn. Du kriegst einmal Lohn für dich selber und aus Allahs Barmherzigkeit gibt es noch einen Lohn für den Toten. Und es geht darauf zurück, der Prophet Muhammad, auf ihn einmal kam ein Mann zum Propheten. Er sagt, ich möchte die Hajj für meinen verstorbenen Familienmitglied verrichten. Darf ich das? Und dann hat der Prophet Muhammad für den Segen auf ihm gesagt, verrichte sie erst für dich und dann verrichte sie für ihn. Du musst sie erst mal für dich selber. Du musst mich, die Grundregel. Aber der Prophet sagt, okay, mach für dich selber die Hajj, die Pilgerfahrt und dann mach für deine Familie, für deinen Familienmitglied, der verstorben ist. Und dir sagt zum Beispiel Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, er sagt, schau mal, wenn die Hajj von Allah angenommen wird, das heißt, ich kann die Pilgerfahrt für den Toten machen, was mache ich in der Pilgerfahrt? Beten. Was mache ich im Gebet? Koran lesen. Das heißt, dieser Lohn kommt an. Du sitzt im Gebet und dieser Lohn kommt an. Das ist Konsens. Das sagen die Shafiiten, die Malekiten und so weiter. Die Pilgerfahrt kommt als Lohn an. Das sagen alle. Pilgerfahrt, Sadaka, Spende. Die Frage ist nur, dürfen wir nur die Sachen machen, die überliefert sind? Oder können wir Analogieschlüsse ziehen und sagen, na, mach noch weiter. Könnt ihr euch an den Hund erinnern? Wir haben doch gesagt, vorher im Stream, es gibt drei Arten von Hunden, die erlaubt sind. Und die Gehrten haben gesagt, na, jeglicher Nutzhund ist erlaubt. Nicht nur die drei erwähnten, Schäferhund, Jagdhund und Gartenhund zum Ackerbau, sondern auch Blindenhund, Drogenhund, komm, wir machen weiter. Aber was ist damit? Können wir weitermachen? Können wir sagen, okay, wir haben überliefert, Sadaka wird angenommen, freiwillige Spende, keine verpflichtende, freiwillige Spende, Hajj. Tage nachfasten, Gebete nachbeten. Und manche sagen, na, stopp, nur diese Sachen und andere sagen, na, darüber hinaus geht auch. Und so sagt es Schäherl-Islam ibn Taymiyyah, wenn du bei der Pilgerfahrt doch betest und Koran liest, wie kannst du behaupten, Koranlesung wird nicht angenommen, aber Koranlesung wird angenommen, wenn du eine Pilgerfahrt machst. sozusagen er sagt, ich kann nicht sagen, ich spende 10.000 Euro, das wird angenommen, aber wenn du 1 Euro spendest, wird es nicht angenommen. 10.000 Euro ist die ganze Pilgerfahrt mit Koranlesen, Beten und so weiter und ich mache nur Koranlesen. Und deswegen sagt er, das wird auch angenommen. Und so argumentieren, wie gesagt, es gibt noch weitere Beweise, die Hanafiten und die Hanbaliten und sie sagen, der Lohn kommt an. Und eigentlich ist, ich weiß nicht, ob Abu'l-Bara ein Hanbali ist, weil normalerweise viele orientieren sich an dem hanbalitischen Madhab, weil sie das halt so, ihre Wissensquelle kommt viel aus der, von hanbalitischen Gelehrten, aber sie sind halt jetzt nicht so, man muss ehrlich sagen, sie widersprechen viel den Hanbaliten. Also das heißt, zum Beispiel, dass man die Augenbrauen rasieren darf. Die Hanbaliten erlauben, das Rasieren der Augenbrauen. Das hat zum Beispiel noch keiner gehört, oder? Hat jemand jemals gehört, dass das Rasieren der Augenbrauen erlaubt sei? Zupfen darfst du nicht, aber rasieren darfst du. Das ist die Ansicht der Hanbaliten, der hanbalitischen Madhab. Das geht auf Usul zurück, indem sie sagen, schau mal, im Hadith verbietet der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an-Nams an-Nidf. Das heißt, der Prophet Friede und Segen auf ihm sagt, verflucht sind diejenigen, die zupfen, die Augenbrauen zupfen. Was ist das Zupfen? Das ist das Herausziehen eines Haares aus der Wurzel heraus. Okay, wenn der Prophet das verbietet, dann kann ich jetzt nicht sagen, das Rasieren ist auch haram. Oder das Kürzen ist haram. Wieso? Weil der Prophet sagt, nur das Zupfen, diejenigen ist verflucht. An-Nams an-Nidf. An-Nidf. An-Nams. Versteht ihr? Du kannst nicht eine eingeschränkte Aussage des Propheten Muhammad Friede und Segen auf ihm einfach so sagen, ach so, ja, das ist verboten und alles andere ist auch verboten. Das kann ich nicht einfach machen. Ich gebe euch mal ein Beispiel, jetzt ein bisschen doofes Beispiel, aber damit ihr es nachvollziehen könnt. Wir haben überliefert, dass zum Beispiel, wenn man einen sausen lässt, furzt, dann muss man neu Gebetswaschung nehmen. Richtig? Okay. Stell dir mal vor, ich würde jetzt herkommen und sagen, ja, man verliert die Gebetswaschung, weil etwas aus dem Körper heraustritt. Und immer wenn aus dem Körper etwas heraustritt, muss ich neu Wudu machen. Somit muss man nach den Rülpsen auch neu Wudu machen, weil das ist das Austreten aus dem Körper. Bei dem Furzen geht es um das Austreten aus dem Körper, eines Gases, einer Flüssigkeit und deshalb gilt es allgemein auch. Wenn aus seiner Nase etwas austritt, muss man neu Wudu machen. Das ist jetzt ein ganz dummes Beispiel. Ich könnte sagen sozusagen, das ist die Heiler, das ist der Grund, wieso du neu Wudu machen musst oder wieso etwas verboten ist. Aber das kann ich nicht einfach behaupten. Das ist natürlich absoluter Unsinn. Also die Gelehrten sagen, nur aus diesen Geschlechtsteilöffnungen, Luteus Maximus Pfirsich, wie Heisan Bayan sagt, oder aus dem Geschlechtsteil, wenn dort etwas heraustritt. Ja, aber an sich versteht ihr dieses Prinzip? Genau. Und deswegen die Hanbaliten sagen, schau mal, es ist eine eingeschränkte Aussage. Es steht nicht Es steht nicht das Entfernen der Haare. Es steht An-Nems, das Zupfen der Augenbrauen. Deswegen sagen die Hanbaliten, das Zupfen ist verboten. Das Kürzen ist nicht verboten. Das hat der Prophet nirgendwo verboten. Und du kannst nicht die eingeschränkte Aussage des Propheten, indem er sagt Zupfen und du sagst allgemein entfernen. Wer sagt es? Hat er nicht gesagt. Das sagst du. Wie gesagt, andere Gelehrte sagen, nein, nein, nein. Das hat Rasieren, Zupfen, alles dasselbe. Jetzt muss man aber auch durchziehen. Du musst aber auch durchziehen. Weil wo der Prophet Mohammed F. Nasegen auf ihm über die Achselhaare und die Schamhaare spricht, dann sagt er zu dem einen, man soll es zupfen und zu dem anderen, man soll es rasieren. Dann musst du auch durchziehen und sagen, aha, es ist ganz wichtig, was der Prophet gesagt hat. Genau das muss man machen. Checkst du, was ihr meint? Genau. Von daher, also, viele heutige Ansichten, sage ich mal, Leute, die Hanbaliten sind, aber sie nun nicht mehr den Ansichten der alten Hanbaliten folgen. Wie zum Beispiel, dass Taten angenommen werden, dass du Koran lesen darfst für den Toten, dass ihm einfach der Lohn zugute kommt. Und die anderen sagen, also der Schafi'aitische malikitische Madhab, er sagt, du kannst Koran lesen und dann machst du Du'a, oh Allah, gib diesem Lohn den Toten. Sie sagen, ist keine Bidra, ist keine Erneuerung, aber der Lohn kommt einfach nicht an. Einfach die Dua wird nicht angenommen. Versteht ihr? Kui sagt, ich verstehe nicht, warum die das alles nie erwähnen. Nur so 30 Sekunden Videos und fertig. Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil man denkt, das ist für die breite Masse nicht geeignet. Ich denke mir halt, indem man ein bisschen was lernt, lernt man Respekt voreinander zu haben. Und ich habe halt Angst, diese kurzen Videos, dass, ich glaube, das fördert, dass die Jugend halt irgendwie, ich sage mal so, 30 Sekunden Videos über islamische Motivation, ich bin voll dafür. Kurze Videos, islamische Motivation, kein Problem. Islamrechtliche Fragen, 30 Sekunden Videos, kurze Antworten für die Allgemeinheit. Ich bin nicht der Ansicht, dass das gut ist. Ich habe jetzt für die Jungs leckeres Fleisch zum Grillen geholt. Aber zuerst musste der Tisch gedeckt werden. Erstmal die ganzen Teller, danach die ganzen Tassen. Und weil wir so viele sind, hat es echt lang gedauert. Naja, zu guter Letzt das ganze Besteck und schon war es fertig. Dann habe ich das ganze Fleisch erstmal auf den Grill gepackt. Und beim Auspacken kam mir die Frage, darf ich eigentlich jedes Fleisch essen? Ich bin also an die Playstation gegangen und habe nachgeschaut. Und bin dann auf dieses Video gestoßen. In dem Video sagt er, dass Fleisch vom Schwein nicht erlaubt ist. Aber wieso ist es nicht erlaubt? Und warum darf ich es nicht essen? Muss ich jetzt alles wegschmeißen oder darf ich es jetzt doch behalten? Naja, ich habe trotzdem jetzt was anderes zu übtergegeben. Irgendeine Stimme sagt mir, Meint er das ernst? Meint er das aber ernst? Irgendwie kommt mir so vor, als ob er das irgendwie so hops nimmt. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Menschen auf der Welt gibt, der nicht weiß, dass Schweinefleisch bei Muslimen haram ist. Was ist mit Glocken? Nicht als Musik, sondern als Signal. Lieber Abstand von solchen Glocken. Ich habe den Bruder bezüglich dieser Sache kontaktiert. Ich habe ihm gesagt, also fast alle Gelehrten, die absolute Mehrheit, ich kenne keine einzige Ansicht, die es nicht erlaubt, fast alle Gelehrte erlauben, als Geras die Glocke, als Signal zu verwenden. von auch neuzeitig, wenn du neuzeitig schaust, von Munajid, Mustafa al-Adawi, Uthlan, kannst du, egal was du schaust, du findest, dass es erlaubt ist. Auch von Ibn Uthaymin und so weiter und so fort. Also von den Leuten, von denen viele Leute heutzutage anschauen. Du findest alle erlauben, die so Sachen wie Glocken als Signal. Es gibt zwar einen Hadith, wo die Glocke gesagt wird, dass die Engel nicht diesen Raum, einen Raum betreten, wo eine Glocke drin ist, aber die Gelehrten sagen, das bezieht sich auf so Dauerglocken. Das heißt, das, was die Gelehrten gesagt haben, von dem man sich fernhalten soll, ist, dass man zum Beispiel eine Glocke um ein Tier herumhängt und dann läutet es die ganze Zeit. Genau. Und sonst, die allermeisten Gelehrten haben gesagt, die Glocke als Symbol gar kein Problem. Das hat nichts mit Maasef zu tun. Das hat nichts mit Musikinstrumenten zu tun. Und wenn ihr das anschaut, im Arabischen von Mustafa al-Adawi, dann sagt er zum Beispiel auch, er sagt, das ist wie das Schlagen von Eisen auf Eisen. Wenn du sagst, das wäre haram, diesen Ton zu machen, dann müsstest du auch sagen, ein Schild zu schlagen, ein Schild herzustellen, in dem ich, wie nennt man das? Ein Schmied. Ding, 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 ding. Heißt das jetzt, ah, der spielt Musikinstrument, haram, verflucht. Nein. Das ist erlaubt. Eisen auf Eisen. Erstens ist die Absicht dieser Person nicht das Erzeugen von einem Lied und Musikinstrumenten. Das heißt, er macht nicht Ding, ding, und so, irgendwie macht ein Beat draus und so und die Leute stehen um ihn herum und sagen, gib mir den Beat, Bruder. Versteht ihr? Der tut einfach nur etwas anfertigen. Die Signal genauso. Das heißt, Sirene vom Fahrzeug, Hupe, Wecker, laut den allermeisten Gelehrten, wie gesagt, ich habe keine Ansicht gefunden, die das verbietet. Allermeisten Gelehrten. Mein Mikrofon fast runtergefallen. Allerallermeisten Gelehrten vollkommen erlaubt. Gar kein Problem. Haben wir zahlreiche Beweise, dass es erlaubt ist. Widerschlagen von Eisen auf Eisen. Sonst müsstest du dem Schmied sagen, du bist Ding. Also ich habe schon Angst, dass manche Leute da zu steil gehen. dass man denkt, man darf keinen Wecker benutzen, dass die Schulklingel nicht erlaubt ist. Darf ich jetzt bei meinem Bruder klingeln, bevor ich reingehe, oder spiele ich dann ein Musikinstrument? Chill dein Leif, Alter, was geht ab? Wie wirst du denn in der Früh aufstehen? Mit welchem Wecker? Was stehst du dann ein? Also manchmal habe ich Angst, dass mir jemand sagt, Bruder, darf ich furzen oder gilt das als Blasinstrument spielen? Posaune. Also ist das auch ein Musikinstrument? Also man kann auch echt übertreiben, Leute. Also das sind Signalsachen. Der Grund dieser Sachen, also der Grund der Verwendung dieser Sachen sind nicht, und da haben die Gelehrten viel die Bedingungen gesetzt, indem sie gesagt haben, das hat nicht Genuss des Zuhörers, ja, das ist kein Genuss des Zuhörers, der Grund, sondern zum Signalisieren, Alamieren, etc. Genau. Und damit ist das vollkommen erlaubt. Da musst du dich auch nicht von fern halten. Und es ist eh, also sie haben immer gesagt, wenn es ein Bedarf ist, eine Hajjah ist. Richtig, also von daher, nein, da müsst ihr euch nicht von fern halten. Und wie gesagt, nur was wir textlich überliefert haben, ist, dass man irgendwie so ein Dauerglocken, dass zum Beispiel jemand auch, er möchte Sachen verkaufen und er macht die ganze Zeit Ding, 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 das macht man nicht. Und dass du zum Beispiel jetzt eine Glocke verwendest und du machst absichtlich den Klang von der Kirche. Sorry. Den Klang von der Kirche. Die Kirche tut ja in einer ganz bestimmten Art und Weise ihre Glocke schlagen. Und das ist dann wieder religiös. Und religiös dürfen wir ja nicht nachahmen. Wir dürfen keine Religion nachahmen in irgendeiner Weise. Und so dürften wir zum Beispiel nicht sagen, ja, ich benutze jetzt ein Signal und ich mache dafür genau diesen Beat von den Kirchenglocken. Ja, aber wenn du es nicht deren Beat ist, sondern Ding, 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 Ding und es ist ein Signal, gar kein Problem. Okay. Das Entlastungspaket und damit wie gesagt, Ansicht der allerallermeisten Bewerten. Alle eine Minute Nachrichten. Und das Kabinett hat folgendes beschlossen. Alle Arbeitnehmer, die Einkommenssteuer bezahlen, sollen eine Pauschale von 300 Euro bekommen. Diese muss allerdings versteuert werden und alle Selbstständigen sollen weniger vorauszahlen müssen. Durch eine Senkung der Energiesteuer soll Benzin um 30 und die Tarek Habib schreibt das Signal beim Furzen signalisiert Gefahr. ...um 14 Cent günstiger werden vom 1. Juni bis zum 31. August. Sozialleistungsempfänger sollen eine weitere Pauschale von 100 Euro bekommen. Die Kohle soll im Juni kommen. Vom 1. Juni bis zum 31. August soll es drei Monate lang ein Ticket für 9 Euro monatlich für den öffentlichen Nahverkehr geben. Und wer viele Kinder sein Eigen nennt, bekommt nun 100 Euro pro Kind. Das Geld soll auf den Kinderfreibetrag angerechnet werden. Ob das nun aber alles ausreicht, um die grassierende Inflation aufzuhalten, das darf doch bezweifelt werden. Das Ganze muss nun noch durch den Bundestag, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es kommt. Das entlastet... Okay, einer schreibt, sag bitte nicht zur BMW-Innenausstattung. Und ich finde BMW-Innenausstattung schon schön. Ich gebe zu, die von Mercedes sind meistens schöner, aber ich finde BMW-Innenausstattung von den neueren sieht schon stabil aus. Anders macht bitte mehr solche Videos wie Beschuldigungen in der Hölle. Das hat mich so fasziniert, ich musste weinen. Kannst du noch so ein Video machen? Inschadallah. Es gibt eigentlich noch einige Themen. Es fehlt mir immer die Zeit, ich sage euch ernsthaft, so ein Stream ist für mich nicht so anstrengend. So diese Videos, wo ich die Kamera hinstelle und dann so sozusagen so... Ich weiß nicht, das ist meistens für mich anstrengender, diese Videos in dieser Form zu machen. Okay. Schauen wir mal weiter. Ich muss auch gleich zu Hur gehen, Leute. Kannst du fünf Begriffe, die Muslime begriffe sind? Warum hast du nicht gesagt? Du nimmst mehr. Also sie geht zu nicht-muslimischen Freundinnen und stellt islamische Fragen. Was ist die Hauptstadt von Ramadan? Oder Capital Großbuchstabe? Ich check die Frage nicht. Ich könnte sie nicht machen. Was ist die Hauptstadt von Ramadan? Ich habe es, richtig? Nice. Wer war der letzte Prophet? Das ist der letzte Ich weiß, der Name ist Mohammed. Ja. Der macht es richtig. Wenn es Eid ist, wie grüßt ihr die Menschen? Ist es Eid Mubarak? Nice. Was sind die Nämme der zwei Eids, die wir feiern? Eid Al-Fatturah, Eid Al-Azl. Eid Al-Azl. Oh, you're mad. You're good. You're good. Bonus question. Which one of those do we do with Slaughter? Slaughter? Malabha. What did you think? What is it called when we break our fast? Oh, Diftah. Oh, what's the breakfast called? No, that's not fair. I'll let you eat. How do Muslims greet each other? Oh, alaikum salam. Okay, that's how we respond. Oh, nice. What do we say at the beginning? Asalam. Nice. Good. What is a black cube in Mecca called? Oh, um. Ich finde es voll cool, dass man so mit seinen, oh, wait, 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 mit seinen nicht-esumischen Kollegen. What is it called when you go on the pilgrimage? How many times do you pray in a day? Nice. Okay. A Muslim say, Prophet Muhammad. What did you say after that? Oh, I can't say after that. What is it? No. Where are you going after you die? Also, ich finde es richtig cool, wenn man so mit nicht-muslimischen Kollegen so locker ist. Also, ich feiere es übertrieben. Ich denke, das ist der erste richtige, die erste richtige Step in die Richtung, dass man, ähm, äh, das erste richtige Richtung, dass man die Leute zum Islam führt. Leute, Tarawih ist keine Bidda. War nie eine Bidda, ist nie eine Bidda gewesen. Ich weiß nicht, wer euch jemals gesagt hat Bidda. Und es gibt auch keinen, der sagt, Wajib. Ist eine Sunnah. Ja, ist eine Sunnah, das Tarawih-Gebet. Und über die Anzahl ist so viel Meinungsverschiedenheit, mach dir keine Gedanken. Bete so viel du magst. In Shanah. Wenn du mal an einem Tag Kraft hast, machst du mehr, wenn du weniger Kraft hast, fokussier dich bei dem Gebet, sodass es auch deinem Iman etwas pusht. schau in der Moschee, wo es dir am besten für deinen Iman ist. Wenn du merkst, in dieser Moschee, Bruder, die beten langsam und ruhig, das hilft mir mehr. Andere Gelehrten sagen, hey, wir haben einen Hadith, diese höchste Stufe des Paradieses. Hat jemand gefragt, wie ich die erreiche, hat der Prophet Muhammad natürlich auf ihm gesagt, vermehre den Sujud, mach viel Sujud. Manche Gelehrte gesagt, sieh zu, lass wieder lieber kurze Rakat machen, aber dafür viele Niederwerfungen. Andere sagen, nein, wir halten uns an diese Elf und so weiter. Also in diesem Thema ist viel Meinungsverschiedenheit, deswegen macht euch da keine verrückten Gedanken in Schammer. How fast can you identify fake body language? Das ist wahrscheinlich jemand, der kurz vor einer Vernehmung ist. Der hat eine Straftat gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass er jemand getötet hat oder so etwas. Und er wartet hier jetzt auf den Polizisten und er wird gerade Kamera überwacht. Er hat seine eigene Mutter erstochen, weil die Mutter ihm gesagt hat, hau ab von zu Hause, also such dir eine eigene Wohnung und such dir einen Job. Dafür hat er seine Mutter erstochen. Nein, die Kamera ist nicht eingefroren, ich denke mir nur Geisteskrank, Alter. Job. Dawson ist unbewusst, dass er auf einer hiddenen Kamera beobachtet wird. In drei Sekunden von jetzt wird er den Sound der Tür öffnet von einem Detektiv. Und in diesem Moment sieht man einen sehr merkwürdig notwendigen Wunsch in seinem Deminor. Oh, wie cringe. Ich kann mir das nicht anschauen. Er wird durch die Kamera beobachtet. Er hört, der Polizist kommt rein und macht jetzt absichtlich einen auf verrückt, weil er hofft, dass er da eine kleinere Strafe bekommt, indem man sagt, oh, der ist verrückt, der ist verrückt. Ach komm, ne, kannst rausgehen. Görkem schreibt umgekehrt. Meine Mutter würde mich erstrechen, wenn ich zu Hause wäre, ohne Schule oder Job. Er ist ganz normal, die ganze Zeit chillt und kommt der Polizist rein und macht so. Oh, ich bin so gaga. Oh, der Grinch. Oh, der Grinch. Kann bitte jemandem dem Mann sagen, dass wir dich davor beobachtet haben und dass du das nur simulierst. Es ist wirklich absolut cringe. Vor allem seit wann machen verrückte Leute so. Was your sister home this weekend? I'm supposed to have an attorney? If you want one. Am I supposed to have an attorney? I should request an attorney. Well, that's up to you if you'd like one. We'd like to talk to you. I would come as no surprise that a judge deemed him fit to stand trial. A jury then found him legally sane and he was sentenced to life in prison for the murder of his mother. Ein Sinner schreibt, er hat einfach TikTok-Tutorial fünf Minuten vorher geschaut. Ja, sie machen dann einfach mit der Hand so und dann kriegen sie eine kleinere Strafe. Er hat sich die ganze Zeit durchgezogen. Okay, er sagt, das machen viele Leute. Viele Leute, wenn sie merken, jetzt wird's ernst, sie kriegen jetzt richtig fette Strafe, versuchen sie eine auch verrückt zu machen, aber das funktioniert nicht. Ich gehst ja beim Hähnchen persönlich immer am liebsten die Haut. Oh, Haut vom Hähnchen Geisteskrank. Oh süß, wie der Hund schaut. Wie schwer Hunde. Schau dir mal an, wie traurig er schaut. Schau dir mal an. Oh. Ich bräuchte eigentlich gar kein Fleisch. Oh Bruder, bitte gib ihm ein kleines Stück. Oh nein, der Arme. Gib ihm bitte ein kleines Stück. Ich gehst ja beim Hähnchen persönlich immer am liebsten die Haut. Der Gesichtsausdruck. Ich würde ihm Herzen schmelzen, ich würde ihm ganzes Hähnchen geben. Oh, ich feier sowas gar nicht. Ich schwöre, das skippe ich. Ich skippe einfach die drei Minuten. Drei Minuten dauert das Video. Ich wette, das ist so eine sinnlose Lösung. Das ist immer so sinnloser Quatsch. Bewege einen Stock, um diesen Viertel Dollar, also 25 Cent sind das sozusagen, aus dem Viereck herauszubekommen. Du darfst nur einen Stock bewegen. Ich sag, verschwenden wir keine Zeit damit. Schauen wir einfach die Lösung an. Das soll die Lösung sein. Ich sag doch, das ist für mich der größte Unsinn. Das ergibt für mich keinen Sinn. Das ist ja nicht mal mehr Ich war eben bei Globus und ich habe mir endlich diese Drachenfrucht hier gekauft und wir tasten die zusammen. Leute, die war so teuer. Da bin ich, ich hätte mir gerade schon geschrieben, dass Leute meinen, die schmeckt glaube ich nach nichts. Ich lefe die jetzt aus. Okay, es erinnert mich an eine Kiwi. Scheiße, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Okay, probier einfach. Mach, schnell. Wir haben noch viele andere TikToks. 8 Euro. Mach, sack. Herz, oder? Ich muss kurz meine Geschmacksnosten anregen. Hä? Okay, schmeckt nach nichts. Here's everything at Ace are the Ramadan Nightmakers in Le Kemba. I was so excited, so excited to try Camelburgers and these did not disappoint. The meat was so tender. Camelburger? Leute, wer hat schon mal Camelburger gegessen? Wer hat schon mal Camel... Wer hat schon mal Camelfleisch gegessen? Und wie schmeckt das? Fatty, and I highly, highly recommend this. Next, we got some Canafé and this was so sweet and delicious. I love the cheese. I also had some Pistachio Ice Cream and I love how this wasn't too sweet and the flavors are really delicate. We also had Turkish coffee that is heated over hot sand. This was so cool to watch, but it was a bit... Einer schreibt, ich in Jeddah. Wer hat auch Bock, mal Camel zu probieren? Eins in den Chat. Ich schwöre, ich würde das so gern probieren. Wisst ihr was? Ich glaube, es schmeckt 1 zu 1 wie Lammfleisch. Das glaube ich. Es schmeckt 1 zu 1 wie Lammfleisch. Wie heißt denn der Bruder, der es probiert hat? Kahaha. Schmeckt nach wild? Oder schmeckt wild? Ah, wie strenger Lamm. Boah, dann weiß ich gar nicht, ob ich das feiern würde. Dieses Lammfleisch, wenn das so zu sehr nach Stall schmeckt, feiere ich nicht so. Boah. Ich schwöre es dir, ich sehe diesen Dönerspieß, ich weiß, du siehst es an diesen Schichten, dass das stabiler Dönerspieß ist. Ich habe auch den Lamm-Schwama und ich sehe die Flas, die letzten Fähigkeiten, die ich hatte, mit dem Fajita und dem Beef-Merser-Bag, die beiden sehr gut sind, aber ich war ein bisschen zu viel, um diese zu gut empfehlen. Am Ende der Nacht habe ich diesen Lotus- und Tim-Tam-Cream. Bruder, ich sage euch allgemein, dieses Street-Food feiere ich übertrieben, Bruder. Leute, diese Tiere, dieses Nilpferd, ich schwöre die Leute denken, ich schwöre, das sind die krassesten Tiere. Siehst du das? Das sollen Zähne sein. Das hier ist ein Zahn, Digga. Wenn dein Kopf da rein macht, der macht einmal so, Bruder, das ist Matsch, Digga. Die haben so ein geisteskrankes Gebiss, Subhanallah. Digga, er schmeißt einfach eine Wassermelone. Bruder, das ist krass. Bruder, nimm doch mal eine Wassermelone in die Hand und versuch, die so zu zerdrücken. Der macht das einfach so wie ein Snack. Okay, die Hälfte ist komplett daneben. Das ist diese Tiere sogar. Wir haben die Hälfte. Wir haben die Hälfte. Diese Zähne ist mir irgendwie wie so ein Schalter Zahn nach vorne. Ich sag euch ernsthaft, wenn so ein Tier vor mir ist, vor sowas muss man, glaube ich, mehr Angst haben als vor einem Tiger. Jack Berry sagt, magst du nicht so sehr Lammfleisch? Doch, Bruder, ich mag Lammfleisch schon, aber wenn es so ein bisschen stinkig ist, mag ich das nicht so. Oh, Nudeln. Eins in den Chat, wenn ihr auch Nudeln immer essen könnt. Bruder, Nudeln. Alle Formen und Varianten. Ich schwöre, wenn ich das schon sehe, ich sag jetzt schon, Bruder, geisteskrank lecker. Dieses mit Rahmsauce und diese bisschen Gewürze und Hähnchen. Zwiebeln auf jeden Fall. Farde ein, Bruder. Farde ein, dass man Zwiebeln und Knoblauch eintritt. Irgendwas, was du machst, ohne Zwiebel, Knoblauch, geht nicht, Bruder. Die Würstchen da rein? Leute, wer mag so Schrimps? Auch voll, ich sag voll ertilav unter den Muslimen. Voll, also jetzt nicht rechtswissenschaftlich mäßig, aber ich würde die einen lieben es, die anderen hassen es. Diejenigen, die es lieben, lieben es richtig, Schrimps, und diejenigen, die hassen, hassen es richtig. Ich bin auch eins, ich liebe Schrimps, oder so lecker. Obwohl, ich muss jetzt echt zu Hur machen gehen, ich bekomme gerade so Hunger. Ich gehe jetzt zu Hur machen, muss ich ehrlich sagen, Leute. Ich kann mir das gar nicht zu Ende anschauen. Leute, gebt mal noch mal ein paar Likes. Ich hoffe, wir können 400 knacken. 360. Leute, können wir noch schauen, dass wir 400 Likes knacken? Ey, Bruder, einfach 216 Zuschauer, was macht ihr hier? Habt ihr keine Hoppings? Spaß. Ne, jetzt aber ernsthaft, hab ich echt keine Hoppings. Weil ich hab keinen Hobby, deswegen sitze ich hier mit euch. Oh, Bruder. Ich weiß gar nicht, wieso ich mir das anschaue. Bruder, morgen letzter Fastentackel, wir können wieder normal essen. Ich sage euch ernsthaft, mit Fasten beweise ich meine Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Bruder, Essen und Trinken für mich am Tag, für mich ist Fasten eine sehr schwere Sache. Für viele Leute ist es leicht, für mich ist es echt keine leichte Sache, sage ich euch ernsthaft. Und Bruder, ich halte mich davon fern, Allah hat es uns befohlen, ich halte mich davon fern, aber das ist für mich wirklich keine leichte Zeit. Und deswegen, immer dieser Hadith, man sama Ramadana, imanan und ihtisaban, imanan und ihtisaban, gufira lahu ma taqadda ma min dhanbi, wer immer den Ramadan fastet, mit Glauben daran, dass Allah es uns auferlegt hat, zur Pflicht gemacht hat, dass wir da unsere Seele reinigen, ihtisaban, und er wünscht, und er hofft auf den Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala, gufira lahu ma taqadda ma min dhanbi, ihm wird alles vergeben, was er an Sünden hatte. Und unterschiedliche Ansichten, ob wirklich alle Sünden vergeben werden, oder man für die großen Sünden nochmal separat um Vergebung bitten muss. Bevor ich eine afrikanische Ehefrau hatte, hätte ich mir nie vorstellen können, also ich freue mich auf Aid, sage ich euch. Das ist einfach der Wahnsinn. Ich sage mir immer, für andere ist Ramadan voll easy. Die sagen, oh, ich habe gar nichts gemerkt, stimmt, ich habe ja, stimmt, musste ja heute fasten. Leute, eine Umfrage in den Chat, für wen ist Ramadan schwer? Eins in den Chat, für wen ist am Ramadan leicht? Zwei in den Chat. Am Anfang des Tages die Kraft für den ganzen Tag, das heißt, morgen solltest du kräftig essen, damit du den ganzen Tag über Power hast. Achso, afrikanische Ehefrau, ich weiß nicht, ob du das hört, das ist voll leise, achso, ich muss lauter machen. Abends was leichtes, das ist doch jetzt meine neue Devise. Deswegen esse ich gerne Akman mit Fisch zum Frühstück. Zwei, 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 Bevor ich eine afrikanische Ehefrau hatte, hätte ich mich... Ich hab ganz vergessen, was waren nochmal zwei, Leute? Die meisten haben zwei, was waren nochmal... Ich vergesse es dann immer. Zwei, Alhamdulillah. War zwei leicht oder schwer? Für die allermeisten ist es zwei. Zwei ist leicht, echt, für euch ist leicht. Ah, da komm ich mir jetzt natürlich behämmert vor, danke dafür. Also so deftiges Frühstück, ich kann das voll... Seid ihr ein paar? Sag mal einfach ja. Aber ich mag diese Umfragen ehrlich gesagt gar nicht. Ja, ist ich gar nicht. Ich mag das gar nicht. Ist was ganz Frisches, was ganz Frisches. Ist doch gut. Und ich sehe manchmal bei TikTok von ihm diese Umfragen, ich feiere das gar nicht. Ich mag, nicht böse gemeint, aber seine Art auch, finde ich sehr, sehr, gar nicht gut. Ja, okay. Du bist nicht so begeistert, ne? Da, Mann. Ist was ganz Frisches, wo habe ich mich hier reingeritten, oder was? Aus du ich auf der rechten Seite cool, das ist echt okay. Mach's gut und viel Glück euch, ne? Vielleicht wird's ja was, wenn nicht, meld's dich bei mir. Nein, seid ihr ein Paar? Genau wegen solchen Sätzen, Digga, ich finde das unfassbar unhöflich. Oder er fragt, ob die ein Paar sind, die sagen, ist noch in der Anfangszeit und dann sagt er, wenn's zwischen euch nichts wird, dann meld dich doch bei mir. Für mich ist es auch kein Spaß, Bruder, für mich ist es voll respektlos. Ich find das, ich find das gar nicht, ich weiß nicht, ich find das voll respektlos. Man kann auch nicht Spaß alles sagen, finde ich. Und solche Sätze hab ich immer von ihm gehört, deswegen feiere ich gar nicht. Also, falls er das sieht, sei mir nicht böse, ist meine Meinung. Ich hoffe, du bist mir da nicht böse. Ich mag das gar nicht. Sonst, so Umfragen feiere ich sehr. Manchmal machen die echt coole Umfragen. Also jetzt nicht von ihm, sondern allgemein Umfragen, die sinnvoll sind, wo mich echt interessiert. Aber, ja, die meisten schreiben, find ich respektlos, ja. Und das sind halt, so immer so, ich hoffe, das ist jetzt nicht so gemein, aber ich sag dir ernsthaft, also, er hat voll viele Zuschauer, voll viele Feiern, den irgendwie übertrieben, aber für mich, boah, ich mag dich gar nicht, gar nicht. Und immer sehr so, immer so anmachend, weißt du, immer, ich schwör's dir, du kannst, er macht vier Sätze, du kannst zu 100.000% sagen, mindestens jeder vierte Satz ist eine Anmache an eine Frau. Und ich weiß nicht, ich mag das gar nicht, oder ich, ist einfach unsympathisch für mich, respektlos, ich find das nicht schön. Und vor allem, du weißt gar nicht, ob die vergeben ist und so etwas noch schlimmer, find ich. Wenn du eine Anmache an meine Frau machst, uh, ja, dann schauen wir weiter, Bruder. Süß, Bruder, wie klein die Schnecken sind. Das ist gut an Hijab übrigens, der würde niemals zu einer Frau gehen, solche Leute gehen niemals zu Frauen im Hijab und denken, ha, die klär ich jetzt, weil sie wissen, da, ich mach mir lieber mal keinen Stress. Das ist das Schöne, dieses Hijab, wirklich wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, man wird erkannt als eine ehrenwürdige Frau, in Anführungsstrichen. Heißt nicht, dass jede Frau, die Hijab trägt, keusch ist, aber man erkennt, okay, da mach ich mal lieber keinen Stress. Und das ist wirklich bis heute so. Und der Gesellschaft, keiner sagt, ich will eine Frau klären, ich geh zu einer mit Hijab. Leute, ich geh zu Hur machen. Ich muss zu Hur machen, Leute. Schau mal, wann ist denn ja, 53, wenn ich, dass es so Stress für mich wird. Ich geh zu Hur machen. Habt ihr mir noch gegönnt, bis 400 Likes? 380. Seid ihr mir böse, wenn ich zu Hur machen gehe? Weil ich hab schon ein bisschen Hunger. Also durch diese ganzen Essensvideos, Leute. Einer schreibt, nee, du bleibst. Wir warten auf dich. Also wenn ihr 500 Likes knackt, also müsst ihr 120 Likes machen, dann bleibe ich noch 20 Minuten. Also ich hab extra eine Sache gemacht, die ihr gar nicht schaffen könnt. Das könnt ihr gar nicht schaffen. Es ist, glaube ich, zuschauertechnisch gar nicht möglich, dass ihr jetzt 500 Likes macht. Du kannst mir auch nicht beweisen, dass es hell alles ist. Einen Moment. Jetzt mach ich dich mundtot. Was ist das? Lies das Schöpfe durch. Also McDonald's in den Vereinigten, aber ja, klar. Leute, McDonald's in den arabischen Ländern ist halal. Die achten da drauf, natürlich. Die holen das nicht von woanders. Okay. Leute, klackt mir nur die 400 Likes als Dankeschön und dann gehe ich inshallah zu Suhur und wir gehen alle Suhur inshallah. Voll süß, dass ihr schreibt, ihr wartet hier. Na, wir machen dann die Tage nochmal streamen inshallah. The next one. Do you believe in democracy? Ja, ich kann nicht gleich skippen. Ich schwöre, alles, wo man versucht, Prediger, die richtig stabil was für Islam getan haben, die wirklich seit jahrelang und vor allem, er redet nie, ich weiß, was ich an ihm feiere, er redet fast nie über Furore, so kleine, Kleinangelegenheiten des Islams. Er redet immer über Fundamente. Kein Sinner, Fernhalten vom Schlechten, Gebet und so. weiter Fasten, ich feiere ihn übertrieben. Also von daher, wenn ich das schon sehe, Bruder, will ich gar nicht anschauen. jede Frau, jede Frau auf der Welt, sollte das Recht haben, zwei, drei Likes, Leute, sollte zumindest das Recht haben, damit ich mit ruhigem Gewissen zu meinem Iftar Suhur gehen kann. Keiner darf ihr was vorschreiben, vorschreiben. Das schauen wir vom Broman Ways und schauen wir beim nächsten Mal. Ich schwöre, sie ziehen einfach Likes zurück, damit ich hier bleibe. Oder komm, ich gehe inshallah offline. Leute, vielen Dank, dass ihr hier wart. Hat Spaß mit euch gemacht. Ihr seid meine Habibis. Es tut mir leid, dass ich trotzdem aufhöre, aber wir sehen uns inshallah beim nächsten Mal. Lasst Like, lasst Kommentar da. Leute, ich freue mich immer über Kommentare. Insbesondere unter diesen TikTok-Stremes schaue ich mir die Kommentare immer sehr, sehr oft an. und genau. Wenn ihr lasst Liebe da, einen schönen Kommentar für mein Herz. Mich freut es sehr und ich gehe jetzt richtig schönen letzten Suhur machen und ich hoffe, ihr auch und ich wünsche euch jetzt schon mal inshallah schönen letzten Fastentag. Leute, Assalamu alaikum. Vielen Dank.